Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 137. Lage live im Bremer Presseclub. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Das ist ein sehr schöner Empfang und eine, wie ich finde, sehr schöne familiäre Atmosphäre. So nah saßen wir, glaube ich, schon länger nicht mehr. Ja, wir haben ein kleines Clubkonzert. Ja, ist so richtig nett. Jam Session, finde ich super. Wir können gleich mal ankündigen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja ein mobiles Endgerät dabei. So ein Smartphone oder sowas. Es gibt bei unseren Lage live events nämlich immer einen kleinen Bonus-Track. Nach der großen Aufnahme für alle Leute draußen an den Empfangsgeräten machen wir noch so etwa 15, 20 Minuten Q&A. Oder auch Ask Me Anything. Oder einfach Zuschauerfragen. Oder Zuschauerfragen auf Deutsch. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das heißt ja nicht State of the Union hier. F-A-Q. Genau. Also jedenfalls kann man uns Fragen schicken. Und zwar bitte per elektronischer Post an lagelive at lagedernationen.org. Genau. Frage müsst ihr in Betreff schreiben. Was nicht in Betreff passt, ist keine Frage. Und wir ignorieren das. Ja, da kennen wir nichts. Da haben wir so einen fiesen Filter. Genau. Also freuen wir uns sehr auf eure Fragen. Das ist, wir stehen natürlich hinterher auch noch mit euch zusammen, Trinkengläschen und so. Aber genau, ich finde das immer total schön, wenn man dann noch so eine kleine persönliche Fragerunde für die große Runde machen kann. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis, der mir ganz wichtig war irgendwie an alle. Es kamen zuletzt immer mal so Hinweise über Twitter, über Links, Artikel und so. Das empfand ich als extrem hilfreich, weil es tatsächlich manchmal so ist, dass wir Sachen übersehen oder nicht einfach bewusst ignorieren. So sind wir. Das gibt es auch manchmal und wenn es dann vermehrt da unten bei uns reingespült wird, erhöht das die Relevanz. Also Links und Artikelhinweise bei Twitter, gute Idee. Kommen wir zum ersten Thema. So machen wir das. Julian Assange ist festgenommen worden. Ja, tragische Geschichte. Er hatte sehr viel Bart, Philipp, war irritierend. Sehr viel Bart. Er hat mich so ein bisschen an, hier, jetzt komme ich nicht drauf. Tom Hanks in Across the Way erinnert. Achso, okay. Okay, ich hatte mich so ein bisschen an irgendein Märchen erinnert gefühlt. Ich weiß auch nicht mehr welchen. Kann man eine Menge reininterpretieren. Aber es ist nicht nur lustig. Nein, im Gegenteil. Man sieht daran natürlich auch, das muss in dieser Botschaft Äquadors, in der er jetzt ja über 2000 Tage sein Dasein gefristet hat, so im quasi Exil gelebt hat, innerhalb Londons, aber eben auf extraterritorialem Gebiet, da kann es ihm nicht so wahnsinnig gut gegangen sein. Wenn du das jetzt schon anstreitest, dann können wir natürlich drüber reden. Ich meine, die haben für ihn so einen neunseitigen Benimm-Katalog geschrieben. Ah. So eine Art, so eine Art WG-Ordnung. Ja, so eine Art WG-Ordnung. Er soll auf seine Katze aufpassen. Er soll das Klo sauber machen. Ihm haben sie das Internet abgedreht. Wieso denn das? Das kann man doch nicht machen. Naja, wahrscheinlich, also ihm passt er halt nicht, was er auf Wikileaks alles gemacht hat, dass er sich in die Angelegenheiten fremder Staaten eingemischt hat und ihnen Ärger bereitet hat. Das hätte er bei P. Sie haben ihm die Besucher reguliert, weil er mit seinen Besuchern immer Fußball gespielt haben wollte in der Botschaft. Sie haben sich beschwert, dass er Skateboard fährt und den Boden ruiniert. Es klingt alles wahnsinnig lustig, aber der Typ saß halt sieben Jahre in dieser Botschaft. Und dafür ist eine Botschaft nicht gebaut. gewesen sein und er kam halt nicht raus und das muss wahnsinnig deprimierend und traurig. Ich meine, am Wochenende ist diese Botschaft angeblich leer und dann hockst du da. Ja, und ich stelle mir das ziemlich einsam vor. Ja, also jedenfalls hatte Julian Assange keinen Spaß und der Hintergrund allerdings seiner Flucht in diese Botschaft ist allerdings auch schon kein sehr erfreulicher. Da gab es nämlich zum einen Stress mit der schwedischen Justiz, die gegen ihn Ermittlungsverfahren geführt hat, wegen bestimmter Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens. Also nach schwedischem Recht wäre es wohl sogar ein Vergewaltigung oder ein Vergewaltigungsversuch gewesen. Deswegen sollte er sich in Schweden der Justiz stellen. Das hat er nicht gemacht und da drohte ihm eine Inhaftierung. Zunächst in Großbritannien, aber mit dem Ziel der Auslieferung nach Schweden. Das war der ursprüngliche Grund für die Flucht in die Botschaft, aber das ist nicht das einzige rechtliche Problem, das er hat. Ganz im Gegenteil, der große Bruder hat auch noch ein paar Fragen an ihn. Genau, die USA haben natürlich viele Fragen an ihn. Erst wurde gegen ihn, glaube ich, oder wurde zumindest lange diskutiert und man gegen ihn diesen Spionage, die Spionage-Gesetzte aktivieren soll. Das haben sie jetzt aber nicht gemacht, sondern er ist jetzt quasi verhaftet worden, weil die USA ihm vorwürfen mit Chelsea Manning, damals Bradley Manning, quasi eine Verschwörung eingegangen zu sein, um in US-Geheimnetzwerke einzudringen. Also Computernetzwerke beim Pentagon, weil Chelsea, damals Bradley Manning, hat ihm halt mal diese brisanten Dokumente zugespielt, die 2010 veröffentlicht wurden. Ja, das sind diese Diplomatic Cables gewesen. Genau, die Cables gewesen und viele andere Sachen auch noch. Und das machen sie ihm jetzt zum Vorwurf. Deswegen, also das britische Gericht hat gesagt, hey, du schuldest uns noch Kaution. Das hast du geprellt, deswegen haben sie ihn jetzt wohl, das ist wohl ein Grund und der andere ist, dass die USA einen Auslieferungsversuchen gestellt haben, aber eben nicht wegen dieser Spionage-Geschichte, sondern wegen quasi Computerverbrechen. Genau, vielleicht sollten wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt so vorausgesetzt, dass jeder weiß, wer eigentlich Julian Assange ist. Viele werden das auch wissen, aber ich glaube doch der ein oder andere draußen in der Welt nicht. Julian Assange ist 47 Jahre alt, eigentlich Australier, war aber während seiner aktiven Zeit im Grunde so eine Art Weltbürger, ist immer durch die Gegend gejettet, man wusste nie so ganz genau, wo er gerade ist. Jedenfalls ist er einer der zentralen Figuren hinter Wikileaks. Manche sagen auch, er sei der Gründer gewesen von Wikileaks und diese Wikileaks-Plattform hat insbesondere, würde ich denken, so in den 2000er Jahren bis etwa 2010, 11, so grob, würde ich mal schätzen, viele geheime Dokumente veröffentlicht. Also die haben es ja schon noch weitergemacht, aber 2010 war sozusagen das zentrale und wichtigste Jahr, glaube ich, so plus minus. Genau, und der Witz bei Wikileaks ist immer gewesen, dass sie sehr, sehr viele Dokumente ins Netz gestellt haben und zwar meistens sogar im Quelltext, also im Originaltext und ohne Streichung. Sie haben ja wieder ihre Strategie ein bisschen geändert, aber ursprünglich war die Idee, dass man einfach Dinge im Wesentlichen ins Netz kippt und das ist den Vereinigten Staaten hier und da sehr sauer aufgestoßen. Der wichtigste Fall wahrscheinlich war eben dieser League der sogenannten Diplomatic Cables. Das waren Nachrichten, die so zwischen US-Botschaften und anderen Repräsentanzen hin und her geschickt worden sind. Unter anderem 77.000 Dokumente über den Krieg in Afghanistan und fast 400.000 Dokumente über den Krieg im Irak. Und wo halt auch klar wurde, wie viel, dass viel mehr Zivilisten umgekommen sind in diesen Kriegen, als das öffentlich bisher bekannt war. Also das öffentliche Interesse an diesen Dokumenten und das, was dabei rumkam, das war schon erheblich und das hat auch viel gemacht. Dann wurde der Druck der USA natürlich stärker, dann kam diese Schweden-Geschichte dazu und dann hat er sich halt vor sieben Jahren in diese Botschaft geflohen. Ganz genau. Und jetzt ist die Frage, warum haben die denn, also die haben ihm Asyl gewährt, sie haben ihm glaube ich auch die äquatorianische Staatsbürgerschaft gegeben, die wurde jetzt glaube ich suspendiert und jetzt hat der Botschafter oder auch der Präsident gesagt, also das mit dem Asyl, das ist jetzt vorbei, wir lassen jetzt die britische Polizei, die Metropolitan Police auf unser Botschaftsgelände in London und ihr könnt also Assange rausholen. Das haben sie gemacht, der hat ein bisschen widergestanden geleistet, hat laut gerufen, aber sich letztlich abtransportieren lassen. Das soll er auch tun, wenn da irgendwie so fünf schwere britische Beamte an dir zerren. Und jetzt ist am 2. Mai entscheidet wohl ein Gericht über das Auslieferungsersuchen, bis dahin ist er in Untersuchungshaft, aber er will sich auch wehren gegen diese Auslieferung. Ist so ein bisschen unklar, was mit ihm passiert. Also es ist so die Frage, die Schweden haben zwar ihren Fall erstmal fallen lassen, aber der ist wohl jetzt virulent, aber könnten auch ein Auslieferungsersuchen stellen und dann könnten die Briten aber entscheiden, an wen sie ausliefern, wahrscheinlich wäre es die USA. Die Frage ist so ein bisschen, die USA hat jetzt ja gesagt, okay, wir wollen ihn wegen dieses Computerverbrechens und nicht wegen Spionage. Der Hintergrund ist, dass wenn die Briten den Verdacht haben könnten, dass es ein politischer Grund ist, den die USA anführen, um jemanden ausliefern zu lassen, dann könnten sie das Auslieferungsersuchen, sagen wir mal, ablehnen. Der Hintergrund ist einfach, dass man verhindern möchte, dass Menschen letztlich wegen politischer Straftaten ausgeliefert werden. Aber bei dem Ding wäre das wohl kein Problem, deswegen, so nimmt man an, ist es halt auch so formuliert, eben würden dann wahrscheinlich nur fünf Jahre oder sowas Haft drohen. Das wäre also relativ mit dem, was da vorher anstand für ihn, milde. Die Frage ist, bleibt es wirklich dabei? Halten sich die USA wirklich daran, dass sie ihn dann, wenn sie ihn mit diesen Vorwürfen ausliefern lassen, auch nur mit diesen Vorwürfen vor Gericht stellen? Also eigentlich müssten sie das, da gibt es also im Auslieferungsrecht diesen sogenannten Grundsatz der Spezialität, das heißt also, wenn wegen bestimmter Delikte ausgeliefert wurde, dann darf der Beschuldigte auch tatsächlich nur wegen dieser Delikte strafverfolgt werden und nur wegen dieser Delikte verurteilt werden, aber natürlich weiß man im Ergebnis nie, ob das auch tatsächlich eingehalten wird. Genau, und die Frage ist jetzt so ein bisschen, also die ich mir zumindest gestellt habe. Was bedeutet das? Was bedeutet das Ganze? Also jetzt kann man über diese Vergewaltigungsvorwürfe, da könnte man sagen, gut, das soll die schwedische Justiz rauskriegen, das ist ein Kriminalfall, da müssten wir jetzt nicht weiter drüber reden. Jetzt ist aber Assange nicht irgendwer und es steht für mich so ein bisschen im Hintergrund oder die Frage steht zumindest da, ist das seitens der USA auch ein Versuch, Journalisten und missliebige Berichterstattung und missliebige Veröffentlichungen zumindest für die Zukunft unwahrscheinlicher zu machen, weil es all jene verschreckt, die sich mit dem Gedanken tragen könnten, das zu tun. Ja, also ich denke, diese Abschreckungswirkung, die sollte man ernst nehmen, denn das berichten mir also viele Journalisten, Journalistinnen, mit denen ich spreche, wie das so ist bei ihren Recherchen, dass einfach viele potenzielle Quellen, Hinweisgeber schon das Gefühl haben, dass der Raum immer enger wird. Das hat natürlich sehr viel zu tun mit Internetüberwachung, das hat sehr viel damit zu tun, dass es sehr schwer ist, wirklich anonym digital zu kommunizieren, ohne Spuren zu hinterlassen, aber gerade in diesem Bereich, finde ich, muss man auch sehen, hat Wikileaks der Öffentlichkeit ja große Dienste erwiesen und auch Julian Assange persönlich, also die Arbeit von Wikileaks war in diesem Bereich ja durchaus auch Vorbild für viele traditionelle Medien, die ja manche Praktiken jetzt übernommen haben, also kennst du auch, viele Medien haben ja zum Beispiel anonyme Briefkästen. Oder überhaupt diese Praktik, die Praxis, die ja heute fast schon normal ist, einfach Dokumente vollständig ins Netz zu stellen, vielleicht geschwärzt und bearbeitet, okay, um Namen zu schützen und Quellen zu schützen, aber an sich diese Idee, die wurde zumindest durch Wikileaks sehr populär. Und auch diese internationalen Zusammenarbeiten, die mittlerweile auch schon fast alltäglich sind zwischen internationalen Medien in ganz vielen Ländern, wurde damals initiiert oder kristallisierte sich um diese Dokumente von Wikileaks, da gab es unterschiedliche Erfolge etc. pp., aber das ist heute relativ normal. Ja, also es gibt ja zum Beispiel das Recherchenetzwerk von Norddeutschem Rundfunk, Westdeutschem Rundfunk und Süddeutscher Zeitung, die relativ viel machen, auf Deutschland bezogen, Stichwort Panama Papers, also da zum Beispiel hat ja die Süddeutsche Zeitung international mit ganz vielen Medien zusammengearbeitet und also soweit ich mich erinnere, waren die ersten Fälle tatsächlich Fälle so zum Beispiel um diese Diplomatic Cables, das was Wikileaks damals organisierte. Glaube ich auch. Und ich finde auch, wenn man abwägt zwischen Geheimhaltungsinteressen bestimmter Nationalstaaten oder bestimmter Firmen oder sagen wir mal so, wenn man etwas veröffentlicht, muss man abwägen, welches Gut wiegt höher, das Geheimhaltungsinteresse von Staaten oder Firmen oder das Interesse der Öffentlichkeit und ich finde bei diesen Sachen, über die sich die USA so wahnsinnig aufregen, überwiegt eindeutig das Interesse der Öffentlichkeit an den Inhalten. Also um es vielleicht noch so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, also bei den Diplomatic Cables ist das so ein bisschen umstritten, da gibt es ja zum einen die Leute, die sagen, das hat für Transparenz gesorgt, aber andere sagen, naja, also Wikileaks hat da halt auch schwere Fehler gemacht, sie haben teilweise Namen von irgendwelchen Informanten vor Ort nicht geschwärzt, deswegen seien da Menschen zu Tode gekommen, das ist wohl auch übertrieben worden wiederum von den USA. Ich glaube nicht, dass das belegt wurde, dass da jemand gestorben ist. Ich kenne nämlich auch keinen einzigen belegten Fall, aber ich finde das jetzt nicht völlig unplausibel, dass da Leute Stress bekommen haben. Nein, sie haben es zumindest riskiert. Genau, sie haben es zumindest riskiert, insofern das war alles nicht so ganz unheikel, was bei diesen Cables zu sagen ist, bei diesen diplomatischen Berichten. Ich finde, ein viel deutlicherer Fall ist eigentlich der Fall, der bekannt geworden ist unter dem Stichwort Collateral Murder. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das vor Augen hat. Das war ein Video, das gedreht worden ist von einem amerikanischen Hubschrauber, einem Armee-Hubschrauber, der quasi im Irakkrieg auf Menschenjagd gegangen ist. Anders kann man es nicht. Also mit seinen Bordwaffen da eine Gruppe von Menschen zusammengeschossen hat. Zwei Journalisten von Reuters sind gestorben, die US-Armee sagt, das Video würde, sagen wir mal, den Kontext ausblenden, dass da noch irgendwelche Raketen gestanden hätten. Für mich war damals nur das Wesentliche, und das habe ich auch Hans Leindecker damals gesagt, mit dem habe ich im Radio mal darüber diskutiert, die sind damals von der Süddeutschen. Genau, und Wikileaks-Leute sind damals dahin gefahren, in den Irak, um zu gucken, kann das Video stimmen? Haben sie diese Stelle gesucht? Diese Stelle gesucht, mit den Leuten geredet und so. Und das war für mich ein ganz, also das war für mich was, wo ich gedacht habe, das hätten die allerwenigsten journalistischen Institutionen, hätten das gemacht, Leute dahin zu schicken, mehrere Tage, um das zu recherchieren. Also da finde ich, hat Wikileaks ganz klar, sagen wir mal, journalistische Züge gehabt. Gut, aber man muss natürlich sehen, wie gesagt, es gab auch Probleme, das eine war eben, dass sie nicht wirklich zuverlässig geschwärzt haben, die Finanzierung ist nicht immer so ganz klar, und was ich persönlich für den totalen Sündenfall halte, allerdings war das ja nach der jedenfalls offiziell aktiven Zeit von Julian Assange, dass sie sich haben einspannen lassen von Russland im Wahlkampf gegen Hillary Clinton. Ja, also die Idee, also was mittlerweile erwiesen ist, dass die Russen, sag ich mal, also russische staatlichen Stellen, Hacker halt die diverse E-Mail-Server bei den Demokraten in den USA gehackt haben und diese E-Mails dann über Wikileaks in der Öffentlichkeit gelandet sind. Und da kann man jetzt auch sagen, ja, hat sich Wikileaks instrumentalisieren lassen von den Russen und auch da würde ich wieder sagen, selbst die Quelle solcher Informationen kann, also ich will nicht sagen, egal, aber sie ist sekundär, wenn das Interesse der Öffentlichkeit überwiegt. Aber auch da gilt, bei diesen E-Mails von Clinton ist nicht viel rausgekommen. Das, was da drin stand, war nach dem, was ich so wahrgenommen habe, nicht so wichtig, dass man die Herkunft einfach so ignorieren kann. Und deswegen würde ich sagen, hätten sie da anders abwägen müssen. Und mein persönliches Gefühl ist, dass es eben Assange da nicht mehr darum geht, eine informierte öffentliche Debatte zu befeuern, wo es um Fairness geht und alle Seiten möglichst gleich zum Zuge kommen zu lassen. Sondern mir schien das eher ein persönlicher Rachefeldzug gegen Hillary Clinton, weil die damals Außenministerin war, als er diese Sachen veröffentlicht hat und sie gegen ihn vorgehen wollte. Und das, finde ich, war sicherlich mit ein Sündenfall. Aber unterm Strich, also mir fällt es schwer zu sagen, also früher hätte ich gesagt, er ist Journalist. Jetzt in der letzten Zeit würde ich sagen, hat er das aufgegeben? Weil ich finde, Journalist ist jemand, der nach journalistischen Prinzipien und mit journalistischem Handwerkszeug arbeitet. Ja, das ist ja interessant. Es gibt ja gar keine richtig klare Definition, was eigentlich ein Journalist ist. Also viele Leute gucken darauf, hat jemand einen Presseausweis? Aber da gibt es so einen Verein, der diesen Presseausweis ausgibt und der schaut darauf, ob die journalistische Arbeit das Haupteinkommen ist. Da muss man also nachweisen, mit Einkommenssteuerbescheid oder so, dass man sein meistes Geld mit journalistischer Arbeit verdient. Und da würde ich jetzt mal ganz bescheiden sagen, da zeigt irgendwie so mein Fall, dass das nicht so richtig tauglich ist. Ich meine, die Lage hat inzwischen doch eine ganze Menge Hörer, ist vielleicht nicht völlig irrelevant als Medium. Und ich habe aber nur mal einen anderen Hauptberuf. Mit anderen Worten, ich würde nie einen Presseausweis bringen. Nee, genau. Also wie gesagt, deswegen finde ich, arbeitet man nach journalistischen Prinzipien, Sorgfaltsprinzip, Fairness, ja, nach journalistischen Mitteln recherchiert man etc. Und wenn man das tut, dann kann man sich Journalist nennen. Also der Sorgfaltsstandard zum Beispiel ist einer, ja. Und ich finde, das hat Assange früher getan, mehr getan als heute. Und ich finde, heute ist er eigentlich eine tragische Figur. Ich meine, so kann man das eigentlich zusammenfassen. In ihm vereinen sich so wahnsinnig viel Widersprüche. Und so viel tragische Sachen, dass er Donald Trump an die Macht geholfen hat und er jetzt derjenige ist, der ihn wahrscheinlich ausliefern lässt und ihn vor Gericht stellt. Und also hat er dahin vegetiert in dieser Botschaft und so. Also ich finde, es ist eine tragische Figur. Er hat eine Menge geleistet, er hat eine Menge in Bewegung gesetzt, aber er hat eben auch große Fehler gemacht und sich vor den Karren von Autokratien spannen lassen und hat sein Ego nicht richtig im Griff gehabt. Ja, ich meine, das hat ihm ja letztlich auch zur Strecke gebracht. Also diese schwedischen Vorwürfe haben ja auch sehr viel zu tun, einfach mit einem äußerst problematischen Umgang jedenfalls mit Frauen. Was auch immer jetzt an diesen Vorwürfen dran ist, also selbst wenn das unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit sich bewegen sollte und das schwedische Recht ist da wohl auch besonders weitgehend, dann ist es auf jeden Fall ein problematisches Verhalten. Also ich finde, unterm Strich, zur Assange haben wir alles gesagt, aber ich glaube schon, dass das ein eindeutiger Versuch ist von der Trump-Regierung, da Leuten Angst zu machen, die auf schlecht geht. Nach dem Motto, irgendwann kriegen wir euch alle. Genau. Das ist so ein bisschen die Botschaft von den Ganzen. In Berlin hat es diese Woche ganz große Demonstrationen gegeben gegen den Mieterwahnsinn oder Mietenwahnsinn. Nee, Mieterwahnsinn nicht. Im Gegenteil, Mieter sind sauer und Mieterinnen auch, weil die Mieten in wahnsinnige Höhen gestiegen sind. Genau, da gingen also Tausende auf die Straßen und gleichzeitig wurde dieses Volksbegehren gestartet, das wir letzte Woche schon kurz erwähnt haben, das dann zu einem Volksentscheid führen sollen und da geht es darum, das heißt, die Deutsche Wohnen enteignen, also die Deutsche Wohnen ist eine… Also die Demos, das sollte man schon dazu sagen, Philipp, das war jetzt ja nicht irgendwie 500 Leute versammeln sich um eine Kerze und halten Mahnwachen, sondern im Gegenteil, da sind irgendwie 43.000 Menschen… Nichts gegen Leute, die sich um eine Kerze zu Mahnwachen verbringen. Wollen wir auch, um Gottes, das muss man ja immer dazu sagen, dass sonst, Philipp hat sehr recht, das ist natürlich so, wir kriegen sonst Kommentare, was habt ihr gegen Mahnwachen? Ja, weil das so flassig ist. Ich habe neulich auch gesagt, wie soll man die Russen noch aggressiver machen oder wie soll man sie noch labiler stimmen? Ja. War so ein Nebensatz. Fällt einem? So. Ja. Ja, okay. Ei, ei, ei. Okay, also. Ich finde, das ist gut, dass du das anschaut, Philipp, ich finde, das ist irgendwie auch ein Podcast hier, weißt du? Ist das so? Das ist nicht, das ist jetzt nicht der Deutschlandfunk, ja? Und insofern finde ich, finde ich, darf man, der Deutschlandfunk ist großartig, ja? Ist also mein Standardsender, ja? Bei Omas Röhrenradio kann man den gar nicht mehr verstellen, ja? Also fest eingerastet bei meinem, ich habe so ein wunderschönes altes Radio von meiner Oma in der Küche stehen, gut, da kann man den gar nicht mehr verstellen, der Knopf geht nicht mehr und der ist, aber braucht er auch nicht mehr, ja? Es läuft, ist eingerastet, Deutschlandfunk, egal. Jedenfalls ist es aber nicht der Deutschlandfunk und deswegen finde ich, muss man das, was wir sagen, auch mit so einer, mit einem, wie sagt man, auf schön, auf gut Deutsch, mit einem Körnchen Salz hören. Genau, also, es gab also wirklich eine große Demonstration, das muss man sagen. Rund 43.000. 43.000 auf die Straße gegangen, weil es gibt ja wirklich absurde Sachen, also du kannst in Berlin eine möblierte Wohnung für schlappe 54 Euro den Quadratmeter mieten, ist kein Problem, findest du. Und jetzt geht es also um diese, das finde ich eigentlich das Interessante daran, um dieses Volksbegehren gegen die deutsche Wohnung, die deutsche Wohnung ist so Berlins größter Vermieter, 110.000 Wohnungen, ist ein privates Unternehmen. Manche sagen, es ist auch Berlins schlimmster Vermieter oder jedenfalls ein, wie soll ich sagen, ein Kandidat für diesen Trostpreis. Einfach deswegen, weil sie besonders aggressiv versuchen, quasi die maximale Rendite aus ihren Wohnungen zu ziehen. Da lässt auch das soziale Mietrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch doch noch eine Menge Spielräume. Ein ganz beliebter Trick ist das sogenannte Rausmodernisieren. Das heißt, da werden also Wohnungen, die bisher recht günstig sind, häufig auch relativ einfache Wohnlagen, einfache Bauweise, zum Beispiel so aus den 50er Jahren, als man schnell nach dem Krieg wieder Wohnungen hochziehen musste, wurde teilweise sehr billig gebaut. Und solche Wohnungen sind eben heute billig, zahlst du vier, fünf, sechs Euro den Quadratmeter. Das können sich eben auch viele Menschen noch leisten. Ja, vielleicht auch Menschen, die, keine Ahnung, von Hartz IV leben müssen oder so. Genau, und wenn man natürlich dann hingeht und eine solche Wohnung Luxusmodernisiert, sodass sie dann mit einmal acht oder neun Euro kostet, kann man sich vorstellen, was passiert. Dann müssen diese Menschen eben umziehen. Ja, die müssen, sie müssen halt diese Modernisierungskosten teilen. Aber die Deutsche Wohnen, ich habe ja mit denen telefoniert und die sind mal gefragt, was sie dann davor halten. Und die sagen, naja, wir modernisieren, ja. Ja, aber wenn die Miete nach der Modernisierung mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens ausmacht, dann schlagen wir nicht die gesamten Modernisierungskosten auf die Miete drauf. Das ist aber natürlich ein Gnadenakt der Deutsche Wohnen, ja. Da kannst du dann, da kannst du dann aber tagelang quasi auf dem PVC-Belag im Büro rumkrabbeln und bitte, bitte sagen, Philipp. Das ist ja nicht etwa so, dass das irgendwo gesetzt. Ja, ich glaube, in Milieuschutzgebieten ist das auch eine Vorschrift. Klar, es gibt da natürlich auch bestimmte Regeln. Also das ist so die Perspektive der Deutschen Wohnen und von denen hören wir gleich noch ein bisschen was. Ich wollte nur dieses Volksbegehren kurz loswerden. Also es geht da halt einerseits um die Deutschen Wohnen, die enteignet werden soll gegen Entschädigung, aber eben auch um alle Wohnungsbaukonzerne oder Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin. Das sind also noch andere. Großvermieter. Großvermieter. Und ich habe also mal den Rusbiter Heri, den Initiator, habe ich mal angeguckt und gesagt, kann ich mal vorbeikommen? Sagt er, ja, ja, komm mal vorbei. Und der ist ja seines Erachtens DVD-Händler. So sieht es aus. Da war ich in Tempelhof in so einem kleinen Industriegebiet, weißt du, so Reifenhändler neben Zweitautoverwerter, neben Einmann-Versicherungsmakler. Also aufstrebendes Industriegebiet. Und dann hockt er halt in so einem Souterrain da, so mit Linoleumfußboden und wirklich total schmucklos, so ein paar Fenster oben drin und dann hat er halt seine 5, 6 Eisenschränke, die man so hinterher schieben kann, diese Archivschränke und da hat er halt seine 5000 quietscht DVDs drin. Das ist ein Warenlager. Das ist ein Warenlager, weil er handelt mit gebrauchten DVDs. So, da habe ich mich natürlich lange mit ihm über Netflix unterhalten, aber das erspare ich euch jetzt. Sondern ich habe ihn halt gefragt, ich habe ihn gefragt, was denn jetzt, also warum er das denn, wie er das denn rechtfertigen will, dass man diese Mieter, die sich ja nicht illegal verhalten, diese Vermieter, die sich ja nicht illegal verhalten. Das ist ja der eigentliche Skandal, dass sie das dürfen. Dass sie das dürfen, so. Und dann sagt er folgendes. Diese Konzerne haben eine langfristige Geschäftsstrategie, die darauf aufbaut, die Mieterinnen und Mieter zu vertreiben und die Mieten systematisch zu erhöhen. Und zwar setzen sie alle Hebel, die es gibt, dafür ein. Ausmodernisieren, klassische Mieterhöhung, den Mietspiegel juristisch angreifen, Wohnungen in Eigentumswohnungen verwandeln. Und wenn ein Unternehmen eine solche Geschäftsstrategie hat, dann heißt das, dass es dieses Unternehmen für das Sozialgefüge in Berlin ein Schädling ist. Und die Händen sollen unternehmen, muss weg. Ja, da habe ich mal bei der Deutschen Wohn angerufen, ob die das auch so sehen. Überraschung. Überraschung. Überraschung, Sie sehen es anders, Manuela Damianakis, die war Sprecher früher vom Wohnungssenat in Berlin, ist jetzt Sprecherin der Deutschen Wohnen. Und die sagt also zum ersten Punkt zu den Mieten, ja, Mietwucher, sagt sie Folgendes. Wir haben im Durchschnitt bei einer 60 Quadratmeter großen Wohnung eine Warmmiete von 580 Euro. Ich kann da wirklich nicht sehen, warum es einen Grund für Enteignung gibt, wenn wir Mieten haben, die so sehr dem Durchschnitt in der Stadt entsprechen. Das ist so 6 Euro warm knapp, ne? Das ist für Berlin nicht so gut. Moment mal, hat sie nicht gerade gesagt 560? 560? Bei 60 Quadratmeter? Na, das sagt mein Taschenrechner aber was anderes. Der sagt nämlich 9,33 Euro. Naja, es sei knapp 10. Also, Pi mal Daumen. Das ist schon eine Menge, also muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, die Menschen, ja gut, aber Menschen können sich eben möglicherweise nur 4, 5 oder 6 Euro leisten, ne? Und dann sind knapp 10 schon eine ganze Menge. Okay, und dann habe ich sie natürlich gefragt, was sie denn davon halten, wenn sie mal enteignet werden würden. Und gegen natürlich Entgelt, da sagen wir auch noch ein bisschen was dazu. Und dann sagt sie. Die aktuelle Diskussion um Enteignung ist wirklich voller Emotionen. Aber so wird nicht eine einzige Wohnung gebaut. Da hat sie einen Punkt. Da können wir ein kleiner noch drüber reden. Kurz vorher noch was zu dem Ablauf, ne? Also, das ist auch mal ganz wichtig. Es werden jetzt 20.000 Unterschriften gesammelt. Die sind, glaube ich, schon mehr oder weniger erreicht. Da muss das Berliner Abgeordnetenhaus sich mit dem Anliegen befassen. Wenn das Parlament die Initiative ablehnt, also nicht sofort ein Gesetz beschließt und die enteignet, würde also das Volksbegehren starten müssen. Und für den Gesetzentwurf, was ich da jetzt vorgestellt habe mit der Enteignung, müssten dann innerhalb von vier Monaten mindestens sieben Prozent der zu den Abgeordnetenhauswahlen Wahlberechtigten unterschreiben. Das wären so 170.000. Wenn die auch erreicht werden, dann muss innerhalb von vier Monaten eben dieser Volksentscheid stattfinden, also die Abstimmung der Berliner über diesen Gesetzentwurf. Und da müssen dann mindestens 613.000 Leute mit Ja stimmen. Also, die müssen wirklich hingehen und mit Ja stimmen. Und dann ist das Ding gesetzt. Ja, das sind also quasi drei Schritte. Volksinitiative 20.000, Volksbegehren 170.000 und dann Volksentscheid. Und da muss man ja sagen, das hat eine erstaunliche Dynamik entfaltet. Die 20.000 sind fast zusammen. Die sind fast zusammen. Und als ich mit Rusbitter Heri in seinem DVD-Keller stand, da dachte ich auch, das ist eher so eine lustige Spinnergeschichte aus Berlin. So eine Sponti-Nummer. So eine Sponti-Nummer, wo ich dachte, was es nicht für Vögel gibt in Berlin. Aber das Ding hat wirklich Flügel gekriegt und er hat halt wirklich viele, viele hinter sich gekehrt und hinter sich scharen können. Und jetzt geht es halt um die Debatte, soll der Staat Wohnungsunternehmen enteignen können? Also soll. Das ist mal eine politische Debatte. Das ist eine politische Debatte. Die rechtliche kommt gleich. Genau, die politische. Und der Grün-Chef Robert Habeck zum Beispiel sagt, ja, so steht im Grundgesetz, kann man machen. Ist eine Möglichkeit. Die haben lange rumgeeiert, die Grünen und gerade so auch die Berliner Grünen haben da mit sich gerungen und Habeck, der ja eben kein Berliner ist, sondern Schleswig-Holsteiner auf der Bundesebene aktiv inzwischen, hat dann, man hat so ein bisschen das Gefühl, er wollte auch einfach diese für die Berliner Grünen langsam aber sicher etwas gefährliche Diskussionen einfach mal abkürzen, indem er quasi reingegrätscht hat und gesagt hat, kann man machen, Leute. Gab es viel Aufregung, also SPD, CDU, glaube ich, lehnen das alle ab. Also die Union ist eindeutig dagegen, klar, die FDP genauso. Bei der AfD bin ich mir jetzt nicht sicher, was die davon halten. Jedenfalls die Berliner SPD ist eindeutig gespalten. Also Michael Müller hat sich jedenfalls eher kritisch geäußert. War auch mal anders. Also Michael Müller weiß man nicht so ganz genau. Und an der Basis gibt es aber natürlich viele Sozialdemokraten in Berlin, die auch sagen, naja, wir sind ja letztlich eine sozialdemokratische Partei und deswegen sollten wir möglicherweise auch unser soziales Gewissen an dieser Stelle aktivieren. Insofern, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie es ausgehen wird. Ich kann mir persönlich nicht ganz vorstellen, dass die SPD ernsthaft quasi gegen Grüne und Linke sich stellen will und das verhindern will. Genau, also wie bei jedem guten Clubkonzert gibt es halt immer ein Solo und jetzt gibt es halt auch sozusagen so ein kleines Juristen-Solo, nämlich darf der Staat. Genau, da finde ich, das machen wir jetzt wirklich so, aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Frage an Philipp, das haben wir nicht vorgesprochen. Weißt du eigentlich, auf welche Grundgesetznorm sich dieses Volksbegehren oder diese Volksinitiative stützt? Steht das drin? Weißt du das, was die wollen? Ist das schon so juristisch ausformuliert oder ist das mehr so das politische Ziel, wir wollen enteignen und die Details sollen dann die Juristen machen? Nee, also die stützen sich auf 14 und 15. Ja, das ist ja was anderes. Das muss man ja auch. Aber das ist ihre Argumentation. Beides haben sie quasi in der Argumentation drin. Okay, das ist interessant. Also meines Wissens nach. Das war das, was er mir da erzählt hat. Dann haben die sich auch nicht entschieden. Das ist interessant, denn in der Tat kennt das Grundgesetz zwei verschiedene Vorschriften, wie man das Eigentum entziehen oder beschränken kann. Also der Grundartikel, der sich mit dem Eigentum beschäftigt, mit dem man ganz viel zu tun hat, auch so als Juristin oder als Jurist des Artikel 14, der garantiert zunächst mal das Eigentum und auch das Erbrecht und sagt zugleich aber Inhalt und Schranken, was Eigentum also bedeutet, wo seine Grenzen liegen, werden durch die Gesetze bestimmt. Und zugleich, was vielleicht auch manchmal in der politischen Debatte so ein bisschen in Vergessenheit gerät, sagt Absatz 2, Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das finde ich wirklich einen sehr interessanten Satz, denn ganz häufig erlebt man ja, dass Eigentümer sagen, das ist meins hier und ich mache das genauso, wie ich will. Das kann zwar im Einzelfall rechtmäßig sein, aber das Grundgesetz hat eine andere Vorstellung von der Verwendung des Eigentums. Aber in diesem Fall besonders spannend ist der Absatz 3, wonach eine Enteignung nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig ist. Sie muss dann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen und dieses Gesetz muss zugleich Art und Ausmaß der Entschädigung regeln. Das geht also zusammen. Man kann nicht einfach nur entschädigen und dann schauen wir mal. Enteignen. Genau, nicht enteignen und dann schauen wir mal, sondern dieses Enteignungsgesetz muss zugleich Art und Ausmaß der Entschädigung regeln. Und ganz wichtig, diese Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Und schließlich und endlich gibt es noch die Garantie, dass man sich an die Gerichte wenden kann, wenn man sich nicht einig ist über diese Höhe der Entschädigung. Und das Entspannende daran ist eben, dass Enteignung und Entschädigung getrennt geprüft werden. Also das Enteignungsgesetz muss zwar die Entschädigung schon mitregeln, aber der Streit über die Höhe der Entschädigung wird in einem getrennten Verfahren geführt. Und dieses Enteignungsgesetz muss eben eine Entschädigung vorsehen, aber diese Entschädigung muss eben gerade nicht alle quasi finanziellen Folgen abdecken, die diese Entziehung hat für den Eigentümer. Im Gegenteil, es muss also zum Beispiel nicht eindeutig der Verkehrswert ersetzt werden. Man kann jetzt nicht einfach sagen, wenn man ein Haus oder ein Grundstück enteignet, dann fragt man einfach mal einen Gutachter, was das gerade wert ist, wenn man das jetzt irgendwie versteigern würde, sondern diese Entschädigung wird festgesetzt unter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Betroffenen. Das heißt also, diese Entschädigung soll sicherstellen, dass die Betroffenen das Opfer, das sie dafür die Allgemeinheit bringen wollen, nicht vollständig oder bringen müssen, nicht vollständig und auf Dauer alleine tragen müssen. Aber ein bisschen Opfer ist schon okay. Es muss nicht der Verkehrswert sein. Das sagt das Bundesverfassungsgericht ganz ausdrücklich. Es sagt nämlich so schön, es ist eine etwas ältere Entscheidung, aber ich finde die einfach sehr deutlich in ihrer Aussage, dass dieses Abwägungsgebot es dem Gesetzgeber nämlich ermöglicht, auf situationsbedingte Besonderheiten des Sachverhalts und die Zeitumstände Rücksicht zu nehmen und damit zu einer im Zeitpunkt der Enteignung gerechten Entschädigung zu kommen. Eine starre, allein am Marktwert orientierte Entschädigung ist somit dem Grundgesetz fremd. Es trifft auch nicht zu, dass im Enteigneten durch die Entschädigung stets das volle Äquivalent für das Genommene gegeben werden muss. Der Gesetzgeber kann also je nach den Umständen vollen Ersatz oder auch eine darunterliegende Entschädigung bestimmen. Und das finde ich ausgesprochen spannend, denn in der politischen Diskussion in Berlin wird jetzt ja immer im Munde geführt, was diese Immobilien der Deutschen Wohnen alle wert wären. Ja genau, also die, die wird ja gesagt, die wurden halt, das ist halt kleine Fußnote, vom rot-roten Senat an die Deutsche Wohnen verscherbelt. Sogar die Linken haben dazu gezählt. Für 7.000 oder 8.000 Euro pro Wohnung, ja, für 400 Millionen insgesamt. Und jetzt... 400 Millionen, ja, merke ich die Zahl. So, nach 400 Millionen, jetzt sollen die irgendwie, nur der Deutschen Wohnen, 7 Milliarden oder sowas wert sein. Und quasi die gesamten Wohnungsbetriebe, die mehr als 3.000 Wohnungen haben, da redet der Senat so von 30 bis 36 Milliarden. Ja, das ist schon eine Menge. Schon eine Menge Holz. Aber das wäre eben der Verkehrswert. Und das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich entschieden, wenn man diese Enteignung nach Artikel 14 des Grundgesetzes vornimmt, dann muss eben nicht notwendigerweise der volle Verkehrswert entschädigt werden, sondern man muss sich dann was einfallen lassen. Und was es da für Modelle gibt, dazu kommen wir gleich. Aber wie gesagt, das ist auch nicht die einzige rechtliche Möglichkeit. Stattdessen gibt es auch noch einen Artikel 15 im Grundgesetz. Und der ist noch ein bisschen lustiger, denn der liest sich fast so ein bisschen, als wäre er aus einer ganz anderen Zeit. Da heißt es nämlich, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz und das Art und Ausmaß der Entschädigung geregelt in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Ich glaube, das ist der Artikel, auf den Sie sich berufen. Ich glaube, Sie haben ein Argument. 15 wollen Sie, das habe ich auch schon mehrfach gelesen. Nee, nee, genau, das ist der Artikel. Und das muss man sich nicht mehr überlegen. Das ist so, das klingt erstmal so, ich habe ja in der DDR, in der ehemaligen DDR studiert, in Leipzig, das klingt fast so ein bisschen wie Volkseigentum, was hier in diesem Artikel 15 steht. Und das ist immerhin das Grundgesetz. Und für die Entschädigung gelten dann die Regelungen aus dem Artikel 14, die wir eben schon besprochen haben, entsprechend. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was ist denn da eigentlich der Unterschied? Das ist eine zusätzliche Möglichkeit, neben diese Enteignung nach Artikel 14 des Grundgesetzes, tritt eben noch die Möglichkeit der Überführung in Form der Gemeinwirtschaft. Und da musste ich ehrlich sagen, das lernt man auch im Jura-Studium nicht, weil dieser Artikel einfach noch nie so richtig praktisch geworden ist. Das haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes da 48, 49 reingeschrieben, weil sie eben das Grundgesetz nicht eindeutig festlegen wollten auf eine kapitalistische Wirtschaftsordnung. Das muss man sich überlegen. Es gibt viele kapitalistische Vorstellungen. Artikel 14 klingt so, aber Artikel 15 lässt auch so was wie Volkseigentum zu. Finde ich total interessant. Nur die Geschichte der Bundesrepublik war dann eben eine andere. Also es hat sich dann in eine andere Richtung entwickelt. Deswegen ist der Artikel 15 einfach nicht so richtig praktisch geworden. Aber diese Möglichkeit bietet er trotzdem. Und der Witz dabei ist, dass das eben dann keine Enteignung ist. Das heißt also, bei diesem Artikel 15 wird nicht enteignet. Dafür gibt es ja den 14. Sondern die Vergesellschaftung bedeutet nur, dass man quasi die Verfügung über das Eigentum so weit einschränkt, dass der Eigentümer selber nicht mehr viel bestimmen kann. Aber auch da muss man entschädigen. Aber auch da muss man entschädigen. Das ist so ein bisschen so ein Mittelding zwischen einer Inhalts- und Schrankenbestimmung für die Juristinnen und Juristen und den Zuhörern und einer Enteignung. Die Idee ist, das Eigentum bleibt formal unangetastet. Dann wäre die Deutsche Wohnen weiterhin formal Eigentümerin. Aber sie dürfte die Wohnung nicht mehr selber verwalten. Man würde dann zum Beispiel eine kommunale Wohnungsgesellschaft einsetzen, die einfach diese Wohnung in Anführungsstrichen zwangsverwaltet. Das wäre so das Modell Artikel 15. Das Problem ist, ich habe den Eindruck, dass die Initiatoren dieser Volksinitiative diese Unterschiede selber nicht so ganz auf dem Zettel haben. Denn die ganze Rhetorik klingt nach Artikel 14. Aber die ganze Begründung, was du jetzt gelesen hast, klingt nach Artikel 14. Das ist klar, das ist nicht so ganz klar. In beiden Fällen muss aber entschädigt werden. Und das Argument ist, ja, das ist ja wahnsinnig teuer. Also selbst wenn es nicht diese 7 Milliarden, die für die deutsche Wohnung anfallen würden, gezahlt werden, sondern nur 500 oder 600 Millionen oder 400 Millionen, wie das damals war, ist das Argument, mit dem Geld sollten sie doch lieber neue Wohnungen bauen. Weil das, finde ich, ist schon ein Argument, was die Deutsche Wohnen hat. Selbst wenn wir eignet werden würden, es würde keine einzig neue Wohnung entstehen. Und es herrscht ja auch Wohnungsknappheit. Unter anderem deswegen sind die Mieten so hoch, weil halt 40.000, 50.000 Leute jedes Jahr nach Berlin ziehen. Und einfach, dass es wenig Wohnungen gibt. Soll man dieses Geld nicht einfach nehmen und neue Wohnungen bauen? Ja, also das ist natürlich auf den ersten Blick erstmal ein ganz gutes Argument. Ich würde dagegen halten, wenn man tatsächlich diese Wohnungen, diese 110.000 Wohnungen, um die es da geht, in irgendeiner Art und Weise sozialverträglich verwalten würde, durch eine städtische Gesellschaft zum Beispiel, dann hätten jedenfalls diese 110.000 Mieterinnen und Mieter und ihre Familienangehörigen schon mal keinen Stress mehr mit Kündigungen und Luxussanierung. Das wäre ja für den sozialen Frieden in Berlin schon mal ein großer Gewinn. Ja, wobei die städtischen Vermieter aber auch Rendite machen. Ja gut, das ist natürlich aber doch besser steuerbar. Und die machen jedenfalls nicht so eine harte Tour. Also da hört man jedenfalls, ich habe jetzt zugenommenermaßen da auch keine sozialwissenschaftliche Studie gemacht, wie glücklich sind Vermieter. Aber die Politik hätte zumindest mehr Einfluss drauf, dass dann nicht so viel Rendite abfallen muss und die Leute ausgequält. Genau, und was ich auch noch mal einbringen wollte, ist die Frage mit dieser Entschädigung. Da wird jetzt immer dann mit den Summen diskutiert. Du sagst sieben Milliarden bei einer Marktpreisentschädigung mit absolute Untergrenze, wären sicherlich die 400 Millionen im Bereich der Deutschen Wohnen, die sie selber mal investiert haben, plus Inflationsausgleich. Das wäre mit Sicherheit die verfassungsrechtliche Untergrenze, denn das, was sie selber mal bezahlt haben, werden sie schon wieder kriegen müssen. Aber egal, auf welche Summe man sich jetzt letztlich einigt, nirgendwo steht, dass diese Summe in einem Batzen bezahlt werden muss. Man könnte sich ja auch sowas überlegen, wie man legt eine Summe fest und zahlt die dann aber nicht in einer Summe, sondern zum Beispiel drei Prozent dieser Summe über 35 oder 40 Jahre. Also wie so ein Zwangskredit. Genau, in der Sache, genau wie du sagst, so eine Art Zwangskredit. Und ich fände das auch gar, wie gesagt, der Gesetzgeber muss eine Abwägungsentscheidung treffen. Der ist total, ich will nicht sagen völlig frei, aber sehr flexibel darin, eine Entschädigungsregelung zu finden und das Argument wäre hier aus meiner Sicht zu sagen, naja, das sind ja Wohnungen. Das heißt, die hätten den Wert in diesen Wohnungen auch nicht auf einen Schlag realisiert, sondern die haben ja gerade die Strategie, aus diesen Wohnungen langfristig möglichst viel Rendite zu ziehen, indem sie eben die Miete mit allen legalen und manchmal auch anderen Mitteln nach oben treiben. Und da könnte man sagen, wenn das so ist, dann entschädigen wir euch genau so, wie ihr die Wohnung auch genutzt hättet, nämlich über viele Jahre. Ja, aber die fundamentalere Frage finde ich ja, okay, man kann das machen, das hast du beschrieben. Gerade das Abstottermodell. So, das geht, da findet man einen Weg. Aber soll man das machen? Wollen wir das sozusagen in einer Gesellschaft haben, sagen wir, Wohnen ist so ein fundamentales Gut, so zentral für uns alle, dass das nicht Gegenstand von Markt, Gegenstand von Renditeabsichten, börsennotierter Unternehmen sein sollte. Weil das steht ja dahinter. Das steht dahinter. Und viele argumentieren natürlich auch, hey, wenn wir das einmal machen mit so großen Unternehmen, dann findet mal bitte Investoren, die private Investoren, die euch noch eure Wohnungen bauen. Ihr wollt jedes Jahr, ich weiß nicht, was ist das Ziel, 380.000 Wohnungen oder so müssen jedes Jahr entstehen in Deutschland, damit das irgendwie alles passt und damit wir genug Wohnungen haben. Die werden zum allergrößten Teil, glaube ich, werde ich jetzt mal annehmen, von privaten Unternehmen gebaut. Wenn wir das einmal so machen, dass wir, wenn es uns denn mal gerade so passt und wenn die Mieten steigen und wenn es irgendwie gerade knapp wird, diese Unternehmen enteignen, wer wird dann noch Geld investieren? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir persönlich zu viel Schwarz-Weiß-Malerei. Natürlich geht von einer solchen Enteignung ein klares Signal aus, dass besonders wenig sozial agierende Vermieter möglicherweise mit solchen drastischen Maßnahmen rechnen müssen. Ich glaube aber, dass dieses Signal ja nicht unbedingt bedeuten muss, na dann gebe ich eben überhaupt kein Geld mehr in Berlin oder generell in Deutschland aus. Denn man muss ja einfach sehen, dass Immobilien zurzeit eine der ganz wenigen Möglichkeiten sind, überhaupt noch sein Geld produktiv anzulegen. Ja, am Aktienmarkt kannst du natürlich noch spekulieren, aber mit Anleihen ist ja nichts zu verdienen. Da gibt es ja teilweise nur einen Prozent Zins oder noch weniger. Das heißt also, weißt du, Philipp, Geld gibt es genug. Geld gibt es genug. Aber ich finde es interessanter, sollten wir das denn anstreben? Ist denn eine Enteignung das Maß, um hier mit den hohen Mieten umzugehen? Also ich persönlich finde, das ist ein Mittel, das jedenfalls in Extremsituationen bei so extrem unsozialen Vermietern durchaus gerechtfertigt ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass das soziale Mietrecht sich ja da in diesen Situationen nicht bewährt. Also man sieht ja einfach, dass die Grenzen, die das bürgerliche Gesetzbuch dem Vermieter auferlegt, hier einfach nicht funktionieren. Also Luxussanierungen, die dann dazu führen, dass Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen, verbietet das BGB ja anscheinend nicht. Ja, aber könnte man nicht sagen, dass die Modernisierungen halt dann nicht zu 11 Prozent auf die Mieter umgelegt werden dürfen? Ja, das könnte man machen, aber das ist ja politisch nicht durchsetzbar. Also man muss natürlich... Ja, aber da würde ich immer sagen, also bevor wir zu diesen Mittel greifen, der Enteignung, da sollten wir erst mal andere Sachen ausschöpfen. Das ist richtig, was du sagst? Und da gibt es so viele Sachen, da könnte man die Modernisierung... Ich meine, es ist natürlich so, ich modernisiere und kann 11 Prozent monatlich draufschlagen. Die 8 Prozent nach der Reform. 8 Prozent, aber letztlich bleibt das ja so, dass wenn die Modernisierung abbezahlt ist, sinkt das ja nicht wieder. Sondern du erhöhst die Miete, dann zahlt der Mieter die Modernisierung ab und hat dauerhaft eine höhere Miete. Was überhaupt nicht einzusehen ist. Warum das so sein muss, I don't know. Aber ich würde sagen, also da müsste man vorher das ausschöpfen, diese ganzen Mittel. Oder es gibt auch tausend andere Sachen, wir haben so viel über Mieten geredet, dass die Kommunen zusehen, dass sie, wenn sie eine Baugenehmigung anteilen, dass das Ding auch bebaut wird. Dass sie zusehen, dass wenn sie Land und Grund zur Verfügung stellen, zum Bebauen, dass sie das nicht an den meistbietenden vertickern. Sondern sagen, zeig uns ein Konzept, das muss bestimmte Kriterien erfüllen. Und dann kannst du das Ding zur Not auch geschenkt kriegen, wenn du vernünftige Bauideen hast. Oder es gibt so viele Sachen, die man machen kann, um mehr Wohnungen zu schaffen, um die Mieten in den Griff zu kriegen, bevor man diese Leute enteignet. Klar, man kann da lange drüber streiten. Vieles von dem, was du gesagt hast, kann man aber jedenfalls dem Land Berlin nicht vorhalten, einfach weil das Bundesrecht ist. Aber das gesamte Mietrecht ist ja eben bundesrechtlich definiert. Da kann das Land Berlin jetzt leider wenig machen. Und mit einer Koalition, an der die CDU beteiligt ist, sind da eben auch nur ganz kleine Schritte möglich in Richtung eines sozialeren Mietrechts. Das haben wir ja gerade erlebt. Mit der, wie heißt das auch gleich, Mietenbremse? Mietpreisbremse 2.0. Das sind ja wirklich nur Trippelschritte. Deswegen eben jetzt 8 statt 11 Prozent und so. Aber ich teile natürlich deine Einschätzung, dass eine ganze Menge anderer Maßnahmen auch noch möglich sind, um zum Beispiel den Wohnungsbau zu fördern. Ein wichtiges Stichwort ist ja auch Verdichtung. Also es gibt auch zum Beispiel in Berlin, was wir jetzt am besten kennen, einfach ganz viele Flächen, die sehr ineffizient genutzt sind. Stellen wir uns Parkplätze vor. Warum muss es in Innenstadtlagen einen Parkplatz geben? Das heißt, eine Fläche, die überhaupt nicht genutzt ist für Bebauung. Da könnte man sich ja überlegen, ob man das nicht einfach besser bebaut mit einem großen Gebäude, mit einer Tiefgarage. Oder weil das relativ teuer ist, gerade in Berlin, wenn die Erde buddelt, wird es richtig teuer. Man könnte, das machen die Niederländer ganz häufig, auch einfach ein Gebäude auf Stelzen errichten. Da parken dann unten quasi auf ebenerdig die Autos und dann gibt es ein Gebäude auf Stelzen und dann kann man dann 10 Geschosse bauen und trotzdem die Fläche unten noch als Parkplatz nutzen. Oder Aldi hat ganz viele Eingeschosse oder andere Discounter haben so eingeschossige Supermärkte, auch eine total ineffiziente Flächennutzung. Aber in so einem Stelzen-Ding wurde Ben Ohneser geschossen. Gut, ob das jetzt zwingend ist, ja klar. Das ist 2. Juni. Hey, gibt es Zusammenhänge. Bitter, bitter, aber das, okay. Also wir sind ja auch, wie man weiß, ein ganz beliebtes Verschwörungstheorie-Programm. Ich wollte es nur mal sagen. Ja. Gut, ich finde es ja gut, dass du da vorwarnst, Philipp. Ich bin noch nicht sicher. Nur mal zu bedenken gehen. Aber zweites Beispiel, ne? Aldi oder andere Supermärkte. Eingeschossige Supermärkte. Auch eine riesige Platzverschwendung. Aldi hat jetzt angefangen mit Programmen, wo sie sagen, wir reißen den Supermarkt ab, wir bauen ein 10-geschossiges, wunderschönes Hochhaus drauf und bauen ins Erdgeschoss dann wieder einen Aldi-Markt. Nur darüber sind dann eben so und so viele Etagen und so und so viele Wohnungen. Also ich finde, da kann man eine ganze Menge machen. Aber das ist aus meiner Sicht alles kein schlagendes Argument dagegen, dass man mit dieser Verstaatlichung, Sozialisierung, wie man das nennen will, einfach 110.000 Wohnungen auf einmal quasi aus dem kalten Wind des Kapitalismus befreien kann und mit einem mal wieder Wohnverhältnisse schaffen kann, in denen sich Menschen zu Hause fühlen und nicht mehr Angst haben müssen, rauszufliehen. Zumal, und das wäre jetzt ein anderes Argument, zumal es ja schon Enteignungen gibt, empfinde ich dubioseren Umständen. Denken wir an die Braunkohle. Da werden Dörfer weggebaggert, mehr oder weniger im Interesse einer kompletten Dinosaurierindustrie, um Braunkohle abzubauen. Und unseren Klimawandel voranzutreiben. Und da hört man von der CDU relativ wenig Protest. Ja, und auch von der FDP. Also das ist einfach ganz interessant, wie diese Diskussion auch geführt wird. Also ich muss gestehen, ich verstehe, es ist gute Argumente, es gibt gerade, du hast sie ja genannt, gegen diese Enteignung. Einfach, weil es eine Frage der Verhältnismäßigkeit ist. Es muss tatsächlich das letzte Mittel sein. Ich glaube, dass sich das rechtfertigen lässt, gerade jedenfalls in so krass angespannten Wohnungsmärkten wie München, Hamburg, Berlin. Ich weiß nicht, wie ist es eigentlich in Bremen? Wie ist denn der Wohnungsmarkt hier? Ist das noch okay? Entspannt. So, so. Okay, entspannt. Leute, ziehen nach Bremen. Aber es muss eben ein letztes Mittel sein und man muss das schon gut begründen. Und ich glaube, das wiederum könnte ein echter Gewinn sein eines solchen Enteignungsgesetzes, wenn nämlich der Berliner, in diesem Fall Landesgesetzgeber, sich parallel dazu überlegt, okay, wir müssen eben auch nachweisen, dass es das letzte Mittel ist und quasi ein Maßnahmenpaket verabschiedet. Weißt du, wenn dann eben dieses Enteignungsgesetz nicht alleine dasteht, sondern wenn sie parallel dazu diese Maßnahmen umsetzen, die so weit das der Landesgesetzgeber kann. Und wir haben ja auch schon über den Mittendeckel gesprochen, dass der auch landesrechtlich möglich ist. Also ich glaube, die wirkliche Lösung, um das verfassungsrechtlich sauber zu machen, wäre ja Enteignung, aber eben nur bei den besonders krassen Fällen und in einem Maßnahmenbündel, wo dann das Landesparlament sagen kann, wir machen eben nicht nur willkürlich eine Maßnahme, sondern wir haben ein breites Spektrum von Maßnahmen und in diesem Paket ist dann die Enteignung auch rechtmäßig. Genau. Wir kommen ganz kurz, versprochen. Ja, ganz kurz. Von Brexit. Haben wir ganz lange geübt, damit das jetzt schnell geht. Der Brexit ist verschoben auf den 31. Oktober. UK kann jederzeit raus, wenn sie den Deal annehmen. Okay. Das war's. Nein. Bisschen aber. Ganz kurz. Es kam ein bisschen Protest, dass wir uns immer wieder darüber reden, aber wir müssen wenigstens ein kurzes Update geben. Ich meine, das ist so fundamental, auch wenn es immer nicht so viel zu sagen gibt. Ich war ja da gewesen, Philipp. Genau, du hast es gefühlt. Ich habe es gefühlt. Ich habe es gefühlt. Man muss ganz ehrlich sagen, gefühlt habe ich nichts. Also der Brexit ist auf der Straße in London sehr weit weg, aber natürlich, sobald man mit Menschen ins Gespräch kommt, ist das ein Dauerbrenner. Also die EU hat jetzt also nachgegeben und es gibt also einen neuen Brexit-Datum. Das ist der 31. Oktober. Mehr oder weniger ohne irgendwelche Zusagen, sondern nur mit dem Versprechen, ja, wir wollen nicht blockieren. Also sie können sozusagen jederzeit diesen Deal verabschieden. Dann sind sie mehr oder weniger zum Monatsende raus. Wie bei einem guten Zeitungsabo auch. Und dann sind sie raus. Wenn sie über die Europawahlen Ende Mai drinbleiben, müssen sie halt mitwählen. Dann entscheiden, dann senden sie halt ihre Abgeordneten. Aber sie können jederzeit zum Monatsende raus. Dann gehen halt die Abgeordneten auch wieder raus. Und sie haben halt nur versprochen, dass sie nicht blockieren wollen. Das ist sozusagen ihre Zusage. Ja, wir mischen da bei euch mit. Wir sind eigentlich vollständige Mitglieder. Wir könnten mitreden. Aber wenn es dann um die Sache geht, halten wir uns raus. Das mag man May noch glauben für die Exekutive. Aber ob die gewählten Parlamentarier von der UKIP und diesen ganzen Brexiteers sich daran halten, das ist ja, sagen wir nochmal, dahingestellt. Es kann aber auch sein, dass es in Briten irgendwie jetzt eine riesen Remain-Fraktion zu den Wahlen gehen und irgendwie eine total pro-europäische Parlamentarier-Gruppe dahin schicken. Ja, who knows? Also man muss es einfach sehen, das ist so ein bisschen die, also für die Briten ist die EU-Wahl deswegen so unsympathisch, weil viele einfach sagen, sie wollen das gar nicht mehr organisieren. Das kostet ja auch viel Geld und so. Aber für die EU ist eben das große Risiko, dass diese Wahl als Abstimmung über den Brexit genutzt werden könnte. Und da ist dann die Frage, wie geht es aus? Die Briten haben ja ein Mehrheitswahlrecht. Und dann würde halt sehr wahrscheinlich in vielen Wahlkreisen, nämlich die Wahlkreise, die im Sommer 2016 für Leave gestimmt haben, würde ein sehr europakritischer Abgeordneter gewählt werden oder auch eine europakritische Abgeordnete. Und wenn die dann alle in Brüssel und Straßburg im Parlament sitzen, dann kann das sehr ungemütlich werden. Genau, ich glaube aber, ich könnte mir vorstellen, also ich bin ein bisschen ambivalent, jetzt haben sie das nochmal verschoben, jetzt schlagen wir uns nochmal damit rum, tragen diese ganzen Diskussionen, am Ende wird es doch wieder knapp. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Zeit tatsächlich doch dazu beiträgt, dass die Vernunft obsiegt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Brexit tatsächlich, wage ich jetzt hier mal so als These, nicht mehr kommt. Ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Was wir nicht wissen, ist, was bis Oktober in Großbritannien passiert. Passiert, ne? Also da kann alles Mögliche sein. Für ein zweites Referendum könnte die Zeit ein bisschen knapp werden. Es ist einfach offen. Ich hoffe nur, dass die EU sich nicht auseinander dividieren lässt. Ja, das deutet sich jetzt schon so ein bisschen an. Macron war irgendwie für einen schnelleren Ausstieg. Merkel hätte noch zehn Jahre oben drauf gelegt. Ja, und dann haben sie sich halt beim 31. Oktober getroffen. Aber es gab da auch schon Disput. Und das fände ich sehr bedenklich, wenn es jetzt sozusagen gelingt, den Briten da so einen Keil zwischen die Europäer zu treiben. Und dass sie die auch noch anfangen zu streiten. Aber bislang muss man doch ehrlich sagen. Sind sie relativ, sind sie relativ kompakt. Also das war jetzt im Grunde das erste Mal, wo man so gewisse Risse gesehen hat, wo also Macron so ein bisschen ausgeschert ist aus der Einheitsfront der 27. Aber bislang, denke ich mal, funktioniert das noch relativ gut. Und ich denke, das war es mit unserem kurzen, kurzen, kurzen Brexit-Update. Diese Woche gab es, also sagen wir mal, ganz interessante Diskussionen in Sachen Klima. Da kam sozusagen deutsche Klimapolitik, da kam eine ganze Menge zusammen. Das ist also der offensichtliche Anlass, ist das deutsche Klimakabinett. Also diese, sagen wir mal, inoffizielle Versammlung einiger Kabinettsminister hat halt getagt und ist mit der Idee rausgekommen oder mit dem Ergebnis, dass sie bis Ende des Jahres dieses Klimagesetz durchbringen wollen. Das war eine Vorlage von Umweltministerin Svenja Schulz. Genau, da hatten wir auch schon drüber geredet. Und die Bundesminister sollen also bis Ende Mai vorlegen, was sie in ihrem Ressort machen wollen und machen sollen, damit sie die Klimaziele also bis 2030 erreicht werden. Wir wissen, minus 55 Prozent im Vergleich zu 1990. Das ist echt viel. Sieht es eigentlich an, die Scheuer mit dem Klimakabinett? Ja. Okay, interessant. Da frage ich mich jetzt mal gerade, wie das so mit diesen minus 55 Prozent im Verkehrsbereich eigentlich kommen soll. Genau, genau. Spannend. Wir dürfen ja nichts mehr gegen SUVs sagen, aber es ist dann einfach trotzdem schwierig. Ja, aber da muss ich mich auch so ein bisschen korrigieren. Also dieses Klimagesetz sieht ja vor, dass sozusagen jedes dieser einzelnen Ministerien für Landwirtschaft, Verkehr und Gebäude eigene Ziele erfüllen soll. Mittlerweile, glaube ich, bin ich zum Schluss gekommen, dass es eigentlich keine sehr gute Idee ist. Nicht? Nein, weil ... Aber so machen wir das doch. Wenn alle sparen müssen, muss jeder ein bisschen sparen. Ja, aber das führt dazu, dass zum Beispiel im Verkehr die Anstrengungen enorm sind. Das ist sozusagen, um das hinzukriegen, um die Einsparung beim Verkehr wirklich so hinzukriegen, wie sie sein müssten, werden die Anstrengungen enorm sein. Das bedeutet, dass Preise, Diesel, Benzin etc. eigentlich überproportional in die Höhe gehen werden. Und die Leute Sturm laufen werden. Und dieses ganze Klimapaket und diese ganze Klimapolitik desavouiert werden wird. Wobei sich gleichzeitig dieselbe Menge an CO2-Tonnen in anderen Bereichen viel günstiger einsparen ließen. Bei den Gebäuden etwa. Oder beim Strom. Das ist natürlich, sagen wir mal, bei Ökos wie mir kommt das nicht gut an. Wenn es heißt, ah, der Verkehr, das lassen wir erst mal. Wir sparen die Tonnen woanders ein. Aber du meinst also, man könnte in bestimmten Bereichen CO2-Tonnen einfach mit wesentlich geringeren Problemen oder Nachteilen für die Bevölkerung einsparen als in anderen Bereichen. Ja, das haben mir jetzt zwei Forscher auch gesagt. Dass das auf den ersten Blick erst mal für Ökos, wie gesagt, für mich gut aussieht, wenn es heißt, der Verkehr muss liefern, der Verkehr muss liefern. Das Problem wird sein, die Anstrengungen müssen da so groß sein und sind so teuer, dass sie für viel Widerspruch sorgen, während man dieselbe Menge woanders günstiger mit weniger Widerspruch einsetzt. Also da, Stichwort Verkehr, da hörte ich zum Beispiel, dass diese, wie soll ich sagen, dieser krasse Einbruch des Vertrauens in den Diesel aus der CO2-Perspektive eine ziemliche Katastrophe ist. Weil der Plan eigentlich war, dass man quasi von Benzinern kurzfristig umstellt auf Diesel, die ja aus der CO2-Perspektive effizienter sind, um dann wiederum vom Diesel auf Elektromobilität umzustellen. Und dieser erste Schritt dieser Migration von anderen Verbrennern auf Diesel ist natürlich jetzt weitgehend wieder zurückgerollt worden und wahrscheinlich sogar ins Gegenteil ausgeschlagen, einfach weil Diesel momentan so einen schlechten Ruf haben. Das heißt also, da wird dann irgendwann mal der große Sprung fällig von Benzinern auf Elektromobilität. Und das macht diese ganze Migration wohl deutlich teurer. Genau, also wir stehen jetzt sozusagen vor der wirklich, also das Klimajahr wurde ja auch ausgesucht, und wir stehen jetzt wirklich vor diesem interessanten Schritt, dass wir merken, dass Ordnungspolitik alleine nicht mehr reicht. Was heißt das eigentlich? Ordnungspolitik bedeutet, dass der Staat festlegt, was zu tun ist. Also Grenzwerte sind klassisches ordnungspolitisches Ding. Technische Vorgaben für Abgasreinigung, klassisch ordnungspolitisches Ding. Du siehst aber beim Verkehr zum Beispiel, bei den Autos, dass das nicht funktioniert. Du hast Abgasvorschriften, du hast technische Vorschriften noch und nöcher. Und trotzdem steigen die Emissionen im Verkehr. Warum? Weil es Rebound-Effekte gibt. Das bedeutet, dass die Leute dann eben zwar Autos kaufen, die als solche effizienter sind, aber viel, viel schwerer und deswegen unterm Strich doch mehr Sprit verbrauchen. Und es werden einfach mehr Autos gekauft, die zwar alle irgendwie ein bisschen sparsamer sind oder bessere Grenzwerte haben, aber unterm Strich bleiben doch eben mehr Emissionen hängen. Und deswegen, das Problem ist eben, um diesen Mechaniker noch so ein bisschen deutlich zu machen, dass der Staat zwar sehr kreativ sein kann, damit alle möglichen Vorgaben zu machen, aber aus irgendwelchen Gründen finden die Leute dann doch wieder einen Weg drumherum. Und zwar gar nicht, weil sie aktiv dem Klima schaden wollen, aber irgendwie entwickelt es sich immer so, dass die staatlichen Maßnahmen zu kurz kommen. Das ist so ein bisschen wie dieses Märchen vom Hase und Igel. Der Staat reguliert hier und mit dem Ziel, auch den CO2-Verbrauch zu senken. Das tut er ja auch schon nicht wahnsinnig effizient. Stichwort Feinstaub, Andi, der im Wesentlichen dafür sorgt, dass im Verkehr nicht gespart werden soll. Aber egal, also im Grundsatz versucht der Staat doch einiges und es funktioniert einfach nicht, weil die Menschen immer wieder auf kreative Ideen kommen, wie dann im Ergebnis leider doch der CO2-Verbrauch nicht sinkt. Und damit verbunden ist ein zweiter Punkt, dass das Vertrauen in diese Mechanik verloren geht. Weil wir beide, wenn wir beide sagen, wir fliegen nicht mehr, dann schwingt er immer mit und wir hören dann, aber die Emissionen im Verkehr steigen, obwohl wir vielleicht nicht mehr fliegen. Und du hast dann immer das Gefühl, okay, ich butter da vielleicht rein, ich verzichte, ich verzichte auf Fliegen, auf Auto, aber die anderen tun das nicht, deswegen steigt es, also brauche ich es ich nicht. Und deswegen, das ist sozusagen das dritte Argument, warum Ökonomen sagen und nicht eben nicht mehr nur Ökonomen, sondern wir brauchen einen Preis für CO2. Wir brauchen einen Preis für CO2 und warum ist das so? Das ist quasi das Spiegelbild von dem, was wir gerade gesagt haben. Der Staat kommt mit seinen ordnungspolitischen Maßnahmen immer zu spät. Das heißt nicht, dass die schlecht sind und wächst. Nee, nee, gar nicht. Aber der Staat kommt immer zu spät und erreicht im Grunde nicht so richtig sein Ziel. Was viel kreativer wäre, wäre es, wenn die Menschen von ganz alleine und natürlich auch Unternehmen von ganz alleine anfangen würden, sich so zu verhalten, dass weniger CO2 verbraucht wird. Und das funktioniert in einer Marktwirtschaft einfach am besten über den Preis. Alles, was teuer ist, das versucht man zu vermeiden. Macht Sinn und da muss der Staat nämlich möglicherweise gar keine Obergrenzen mehr für den Flottenverbrauch festlegen, wenn einfach Benzin- oder Dieselverbrauch so teuer wird, dass die Leute von ganz alleine Autos kaufen, deren Verbrauch niedrig ist. Genau, und wir haben damit ja auch schon angefangen. Also da haben wir auch schon drüber geredet, es gibt das europäische Emissionshandelssystem, das deckt so ungefähr 50 Prozent der Emissionen in der EU ab. Da hat die EU gesagt, pass mal auf, in dem Fall ist es jetzt vorwiegend Strom, ihr kriegt x Tonnen im Jahr, die dürft ihr ausstoßen. Das verteilen wir ein bisschen. Wenn ihr dafür nicht genug Zertifikate habt, dann müsst ihr von anderen welche kaufen. Da gibt es immer weniger Zertifikate, der Preis steigt, der Anreiz auf CO2-sparende Maßnahmen umzusteigen, wächst. Das gibt es im Prinzip schon, aber das gilt ja nicht in allen Bereichen. Genau, das ist das große Problem. Genau, es gilt nicht, weitestgehend nicht für den Verkehr, für die Gebäude und für die Landwirtschaft. Und die große Frage ist jetzt, wie kriegst du auf die CO2-Emissionen aus diesen drei Bereichen einen Preisschild geklebt? Da gibt es ja noch dieses Modell, neben den Emissionszertifikaten eine Besteuerung, also die sogenannte CO2-Steuer. Was ist denn davon zu heißen? Also das ist sozusagen die Idee, wir haben eine CO2-Steuer, wer immer ein Produkt in den Markt bringt, wie Kohlenstoff enthalten ist, da kleben wir halt was drauf. Und das ist sozusagen, da ist jetzt eine heiße Debatte darüber entbrannt, unter anderem, und das ist auch von dieser Woche, weil die Fridays for Future Leute gefordert haben, wir wollen so eine CO2-Steuer, die die Tonne CO2 mit 180 Euro besteuert. So, was das bedeutet, sagen wir gleich, was ich nur interessant fand, ist, dass die Fridays for Future, dass A, jetzt eine politische Formulierung, eine Forderung aufgestellt haben, nicht nur die, aber auch andere, und dass die offensichtlich tatsächlich zu einer Bewegung geworden sind, die einen Fußabdruck hinterlässt. Ich habe mich heute mit Ottmar Edenhofer hinterhalten, war heute Morgen noch mal getroffen, extra für die Lage, der ist Präsident oder Chef vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Also das ist so einer der führenden Klimawissenschaftler in Deutschland, trifft irgendwie Merkel, tausend Politiker, und der hat mir heute gesagt, auf die Frage, warum denn gerade jetzt über diese CO2-Steuer debattiert wird. Die Fridays for Future Bewegung hat die Politik sehr nervös gemacht, und das Interessante ist, dass diese Bewegung sagt, wir wollen einen CO2-Preis. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung, und diese Nervosität geht einher damit, dass Deutschland europarechtliche Verpflichtungen hat außerhalb des europäischen Emissionshandels, die werden wir wahrscheinlich nicht erfüllen können. Deswegen wird die Regierung Emissionsrechte in anderen Ländern kaufen müssen, zu einem relativ hohen Preis. Diese beiden Entwicklungen führen dazu, dass die Politik intensiv über CO2-Bepreisung nachdenkt, denn wenn sie das nicht täte, stünde sie am Ende mit einem finanziellen Risiko im Haushalt, da jährlich zwischen 3 und 6 Milliarden, und das will der Finanzminister ganz bestimmt nicht. Na, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass Deutschland europaweit Verpflichtungen eingegangen ist, CO2-Reduktion, wenn sie die nicht erfüllen, müssen sie sich von anderen Ländern die Rechte dafür kaufen. Und das kann 3 bis 6 Milliarden Euro kosten. Und deswegen reden jetzt alle darüber. Und die Steuer, also so wie das der Fridays for Future denen vorschwebt, sagt, 180 Euro pro Tonne. Das ist sozusagen die Maximalforderung. Das ist so das, was das Umweltbundesamt ausgerechnet hat, was wir an Kosten, oder was eine Tonne CO2 an Kosten so verursacht. Und jeder Mitteleuropäer verbraucht im Monat ungefähr eine Tonne CO2 im Jahr so zwölf. Genau, und der Spiegel hat diese Idee sich mal näher angeschaut und hat das einfach mal durchgerechnet und ist da auf ganz interessante Zahlen gekommen. Also er hat zum Beispiel gesagt, wenn man jetzt, also wenn man einfach mal diese 180 Euro zugrunde legt für so eine Tonne CO2, dann würde ein iPhone, ja, dessen Produktion zum Ausstoß von 79 Kilo CO2 führt, 14,20 Euro mehr kosten. Ein Liter Milch dementsprechend 17 Cent. Aber es gibt auch, also das sind ja alles noch Zahlen, wenn man beim iPhone irgendwie 800 Euro oder was das kostet, da sind 14,20 Euro jetzt nicht so nennenswert. Aber es gibt eben auch andere Beispiele. Also nehmen wir den Direktflug Düsseldorf, New York, Düsseldorf hin und zurück. Emissionen sind absurde 3,65 Tonnen CO2. Pro Person. Pro Nase, genau. Kostenpunkt 657 Euro. Muss man sich überlegen. Das dürfte in etwa der heutige Preis dieses Fluges sein. Das heißt, dieser Flug wird sich dann so grob im Preis verdoppeln, wenn das so kommt. Und ein Liter Benzin würde im Preis um 43 Euro, ein Liter Diesel um 47 Euro steigen. Also das sind dann schon wirklich Summen, die, denke ich, eine erhebliche Steuerungswirkung entfalten. Aber man muss natürlich bei dem Ganzen auch immer sehen, wenn der Staat solche Steuern erhebt, dann geht das Geld ja auch irgendwo hin. Genau. Und das finde ich das Interessante. Das habe ich auch erst diese Woche verstanden. Du hast auf der einen Seite krasse Mehrausgaben. Da werden Dinge echt teurer. Aber der Punkt bei dieser Steuer ist nur, sie dient nicht dazu, dem Staat mehr Einnahmen zu verschaffen, sondern sie dient dazu, einen relativ teuren Preis zu haben. Dass du sozusagen bestimmte Produkte, die wir alle kaufen, wesentlich teurer werden. Nämlich die, die CO2 und Kohlenstoff enthalten. Es aber dann immer auch Produkte gibt, die das, oder hoffentlich immer mehr gibt, die das nicht enthalten und die dadurch attraktiver werden. Und daraus folgt, dass der Staat die Mehreinnahmen, die er durch so eine Steuer hat, eigentlich komplett wieder ausschütten kann. Da sind wir ja im Grunde beim bedingungslosen Grundeinkommen. Man könnte ja einfach sagen, aus diesen CO2-Einnahmen zahlt man den Leuten einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder kriegt pro Nase X. Da kriegt Kohle eine ganz neue Bedeutung. Genau. Und vor allem kann man dann, genau, ja, sehr schön. Und dann kann man nämlich auch auf solche Spielchen wie Kindergeld und BAföG, da könnte man dann auf das eine oder andere möglicherweise verzichten. Ja, also was ich interessant finde, und das sagt der Ehenhofer auch, was ich interessant finde, also es ist ja nicht so, dass wir die Ersten werden, die auf die Idee kommen. Die Schweden haben das seit 1990, glaube ich. Die haben jetzt 110 Euro pro Tonne CO2-Stoff. Die schwimmen natürlich in erneuerbaren Energien, haben keine Autoindustrie und, und, und. Aber die machen das. Ja, aber die werden ja auch sehr wahrscheinlich nicht zufällig so viele erneuerbare Energien einsetzen. Einfach, weil sich das natürlich ganz anders lohnt, wenn eine Kilowattstunde Strom aus Kohleverstromung entsprechend mehr Geld kostet. Und der Reiz, den ich so charmant finde, ist, dass du die Einnahmen aus dieser CO2-Steuer quasi direkt verteilen kannst an die, die von dieser Steuer überproportional betroffen sind, nämlich arme Menschen, Leute mit wenig Einkommen. Wenn die Heizung teurer wird, wenn das Auto teurer wird, wenn Diesel etc. Fliegen teurer wird, dann betrifft das diese Leute, diese Einkommensschichten überproportional. Sie müssen wesentlich höhere Anteile Ihres Einkommens aufwenden, um das zu bezahlen. Also kann man die, finde ich, das Geld wieder direkt an die zurückgeben. In der Schweiz machen sie das, indem die Kohle in die Krankenversicherung läuft und damit die Krankenversicherung billiger wird. Und in Deutschland könnte man das auch machen, sagt Ottmar Edenhofer. Ah, nein, nein, nein. Du hattest das. Das ist doch ganz einfach. Die Stromsteuer, die wird abgesenkt auf das Minimum und dann wird der Strom billiger. Und Strom ist im Augenblick relativ teuer, auch für die einkommensschwachen Haushalte. Und man kann doch dann auch darüber nachdenken, dass die Leute entlastet werden, indem wir das tun, was zum Beispiel in Britisch-Columbia gemacht worden ist, dass sie an Weihnachten einen Scheck bekommen, indem sie die Klimadividende bekommen. Ja, und das finde ich schon mal sehr charmant. Da hast du dann nämlich die Klimaleute auf deiner Seite. Das klingt nicht so verkehrt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Philipp, wenn man das jetzt nur in Deutschland macht, bringt das denn dann überhaupt was? Ja, naja, klar. Also das ist natürlich das Argument, das funktioniert nur europaweit. Aber ich würde, also ich habe dann noch mit jemandem anders telefoniert. Der hat sich freundlicherweise für uns zur Verfügung gestellt. Wo steht denn sein Name? Hast du den gesehen? Wessen? Von unserem Ökonomen. Robert Schmidt. Robert Schmidt, genau. Professor für Mikroökonomie in Hagen. Und den habe ich auch gefragt, soll man so eine Steuer in Deutschland machen? Und er sagt, auf jeden Fall. Meine Antwort auf diese Frage ist ganz eindeutig. Ja, und zwar schnellstmöglich. Die Idee besteht darin, dass Deutschland dann eine Vorreiterrolle einnimmt, also eine Vorbildfunktion, nicht nur beim Klimaschutz allgemein, sondern auch im Hinblick auf die Wahl eines effizienten Klimaschutzinstruments. Und die CO2-Steuer ist, da sind die Ökonomen sich ganz einig, das effizienteste Instrument für den Klimaschutz. Er hat gesagt, also bevor wir jetzt auf alle anderen warten, vergehen die Jahre, wir verlieren Zeit, außerdem werden wir ein gutes Vorbild. Und er sagt, so den Schaden für die Wirtschaft, den könnte man abmelden, weil natürlich in anderen Ländern keine CO2-Steuer gezahlt wird, hier werden die Produkte teurer. Sagt er, könnte man insofern abmelden, als dass man an der Grenze quasi für Exporte die bezahlte CO2-Steuer wieder zurückzahlt und für Importe die noch nicht gezahlte CO2-Steuer erhebt. Das klingt erstmal einfach, ist aber mega komplex, weil du natürlich für jedes Produkt erstmal messen musst, wie viel CO2 ist drin. Dann hast du Länder, in denen wird schon CO2-Steuer gezahlt, die sagen, wir wollen nicht doppelt zahlen, da musst du das verrechnen. Für jedes Produkt, für jedes Land, das ist mega komplex. Deswegen sagt Ottmar Edenhofer, eigentlich muss man eigentlich eine Kombi machen. Er sagt auch, er sieht das Problem, aber wenn man jetzt die Wahl hat, machen wir nur eine Steuer, um CO2-Preis zu kriegen oder ziehen wir diese ganzen Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft mit in den Emissionshandel rein, da macht er einen pragmatischen Vorschlag und sagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im europäischen Kontext beim Strom, beim Emissionshandel bleiben und außerhalb des Stromsektors zunächst mit einer Steuerlösung operieren. Wichtig ist immer nur eines, dass es ein einheitliches CO2-Preissignal mittelfristig gibt auf die Sektoren der Wirtschaft. Also dass es wirklich einen Preis gibt, der überall gleich ist, sonst hast du irgendwelche Ausweicheffekte und komische Anreize und bestimmte Leute werden mehr belastet als andere. Also ich würde sagen, also so eine, ich bin da voll dafür, dass so ein Ding kommt, das Fenster ist jetzt da, ich sage Fridays for Future, thank you very much, ja, gerne könnt ihr Schule schwänzen, wenn ihr das sowas hinkriegt, so einen Druck aufzubauen. Wobei es da ja inzwischen auch ganz interessante Initiativen gibt, Leute, die zum Beispiel Hochschullehrer, die oder auch Gymnasiallehrer, die privat Nachhilfe anbieten. Das heißt also, wer für Fridays for Future die Schule schwänzt, lernt im Zweifel besser. Vor allem, ich habe auch noch mit einem Lehrer gesprochen bei mir in der Nachbarschaft, der hat mir gesagt, wie ist denn das bei euch mit Fridays for Future? Laufen die alle weg? Ja, die wollten alle zur Demo, die wollten alle und das hat, und dann haben wir gesagt, ah, na gut, dann geht doch. Und dann so, ach ja, war das Interesse nicht mehr so gering. Nicht mehr so groß. Nicht mehr so groß. Als sozusagen die Tore offen waren, der Widerstand gering, ließ das Interesse nach. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie das machen. Ich finde, aus dem, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ist, man muss diese Steuer einführen, man muss sie langsam einführen, man kann nicht mit 180 Euro anfangen, man muss mit 30 Euro anfangen. Der Pfad muss aber klar sein, alle müssen sich darauf einrichten, das kommt. Ja, in den nächsten Jahren wird das teurer, da können sich dann alle darauf einstellen und vor allen Dingen muss sich die Politik treu bleiben. Sie dürfen nicht anfangen, rumzuwackeln und das wieder in Frage zu stellen und jenes wieder in Frage zu stellen, sondern sie müssen das konsequent machen und dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Ende der Durchsage. Ich finde das sehr gut, wir haben ja in der letzten Folge mal so ein bisschen gefragt, sollen wir eigentlich immer nur alles ganz abgewogen darstellen oder sollen wir auch durchaus, faktenbasiert natürlich, aber sollen wir auch durchaus mal Farbe bekennen und euer Feedback war völlig eindeutig, also praktisch ausnahmslos haben wir das Feedback bekommen, wir sollen bitte weiter klar auch sagen, wo wir stehen. Solange die Farbe grün-rot ist. Genau, sonst, sonst. Nee, nee, gar nicht mal. Gar nicht mal. Sehr schön. Nein, ich bin ja, ja, wie dem auch sei. Also jedenfalls. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich fand ja den Kommentar super, wenn wir nämlich nicht klar sagen würden, was wir für richtig und für falsch hatten, könnte man ja auch Wikipedia lesen. Das fand ich sehr schön. Gut. Ja, wir kommen zum nächsten Thema und zwar zu einem Thema, einem sehr ernsten Thema, genau, oder jedenfalls einem Thema von großer Tragweite und einem Thema, das auch moralische Fragen aufwirft, nämlich möchten wir mit euch sprechen über den in der Diskussion befindlichen Bluttest auf erbliche Krankheiten, also insbesondere den Bluttest auf die sogenannte Trisomie 21, auch bekannt unter dem Namen Down-Syndrom. Es gibt ja eine ganze Reihe von angeborenen Behinderungen, die auf genetische Besonderheiten beim Kind zurückzuführen sind oder man könnte auch sagen genetische Defekte. Die bekannteste ist wohl tatsächlich diese Trisomie 21, ist auch ziemlich häufig, die Zeit schreibt, eins von 800 Neugeborenen leidet an Trisomie 21, aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer genetischer Defekte, häufig sind zum Beispiel noch Trisomie 13 und 18. Diese ganzen Trisomien sind alle darauf zurückzuführen, dass ein Chromosom des menschlichen Erbguts nicht wie es normal ist, doppelt vorhanden ist, einmal von der Mutter, einmal vom Vater, sondern dreimal. Das ist normalerweise ein Fehler bei der Herstellung der Keimzellen. Also wenn die Eizellen oder die Spermien gebildet werden, passiert quasi bei der Verteilung der Chromosomen ein Fehler, die kleben irgendwie aneinander und dann hat eben ein neugeborenes, ein bestimmtes Chromosom dreifacher, nicht nur doppelt, deswegen Trisomie, vom griechischen Tri für drei. Gut. Und wie gesagt, auf diese Behinderung kann man aber schon seit Jahrzehnten testen, Philipp, ne? Genau, also das Problem ist nur, dass die sehr teuer sind, diese Tests, oder? Ne, das Problem ist, ehrlich gesagt, dass diese Tests sehr gefährlich sind. Also man kann zum Beispiel auf Trisomie 21, auf Trisomie 21 kann man schon seit 1975 testen, ja, da gibt es einen Test, wo man allerdings Wasser aus der Fruchtblase der Mutter untersuchen muss, also es ist quasi diese Wasserblase in der Gebärmutter, in der das Kind schwebt, ja, wenn man so will, so eine Art Stoßdämpfer für das Baby, das treibt und schwimmt in dieser Fruchtblase, damit es möglichst wenig mitbekommt, wenn die Mutter zum Beispiel läuft. Eine andere Methode ist, Blut aus der Nabelschnur zu entnehmen, nur diese ganzen Methoden haben eben den großen Nachteil, dass es immer kleine Operationen sind, also muss zum Beispiel bei dieser Fruchtblasen, Fruchtwasseruntersuchung der Schwangeren quasi durch den Bauch piksen, ja, um da ein bisschen Fruchtwasser entnehmen zu können, und das führt zu einem Risiko von ein Prozent etwa von Fehlgeburten, also ein Prozent der Mütter, die auf diese Weise untersucht werden, erleiden eine Fehlgeburt. Und es gibt aber auch immer das Dilemma, also du hast ja dann, wenn du so ein Ergebnis hast, stehst du ja immer vor einem Dilemma, soll man sozusagen bewusst ein Kind mit Einschränkungen, mit Behinderungen, mit körperlichen Einschränkungen bekommen, oder soll man abtreiben? Genau. Das ist die Alternative. Also das werdende Leben umbringen, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, ich finde, ich möchte in dieser Situation nicht sein, und ich finde es sehr, sehr schwierig, deswegen gibt es ja auch viele Eltern, die sich bewusst, oder werdende Eltern, die sich bewusst dafür entscheiden, diese Untersuchung gar nicht durchführen zu lassen, sondern quasi der Natur ihren Lauf zu lassen und zu sagen, ich will es gar nicht vorher wissen, wir werden es schon sehen. Genau, aber genau, also wir haben ja schon weiter, genau, es gibt nämlich jetzt schonendere Tests. Genau, das ist der eigentliche Punkt. Es gibt sozusagen, du kannst auf diese Krankheiten und möglichen Behinderungen testen, mit einer Blutuntersuchung bei einer Mutter, die halt viel, viel schonender ist. Ganz genau, also keine Punktion mehr, wird nicht mehr durch den Bauch gepiekst, dementsprechend kein Risiko von Fehlgeburt. Und jetzt, und das war so ein bisschen das Ding, was ich bei dieser Diskussion auch so peripher nicht mitgeschnitten habe und jetzt für die Lage erst gelernt habe, das Problem ist, diese Tests sind sehr teuer und der Streit, den es jetzt gibt, geht nicht darum, soll man diese Tests erlauben oder nicht? Die sind eh erlaubt. Die sind eh erlaubt, sondern es geht nur darum, sollen die Krankenkassen diese Kosten zahlen? Also es geht um 1100 bis 1300 Euro für so eine Untersuchung und so die Ergebnisse, die da rausfallen, die sind relativ komplex, deswegen müssen sich die Eltern beraten lassen und man kann sie einfach nicht mit den Ergebnissen allein lassen. Und jetzt hat der Bundestag diese Woche darüber diskutiert, ob diese Untersuchung, wo das Down-Syndrom also von den Krankenkassen bezahlt werden soll. Und nur darum geht es. Ich habe immer gedacht, sollen diese Tests generell erlaubt oder verboten werden? Das denkt man auch. Wenn man sich nämlich die Argumente anguckt, dann gehen die ehrlich gesagt normalerweise gar nicht um die Frage, ob diese Bezahlung jetzt sinnvoll ist oder nicht, sondern diese Argumente, die da in der Bundestagsdebatte gebracht wurden, die kreisen eigentlich eher um die Frage, ob man überhaupt testen soll. Also zum Beispiel sagt nämlich eine Kritikerin, Corinna Rüffer von den Grünen, dass diese Tests nicht bezahlt werden sollen von der Krankenkasse, weil diese Tests der Selektion dienen. Was schon ehrlich gesagt eine harte Formulierung ist, wenn man sich überlegt, wo das sonst so vorkam, dieses Wort. Auch die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD sieht die Tests ausgesprochen kritisch. Auf der Pro-Seite hingegen findet sich zum Beispiel die linken Abgeordnete Cornelia Möhring, die nämlich sagt, eine Untersuchung ohne Risiko für Fötus und Schwangere ist deutlich besser als eine Untersuchung mit Risiko. Das muss man nämlich immer sehen. Es gibt diese Untersuchungen ja schon. Sie sind eben nur gefährlicher für Mutter und Kind und dann werden sie auch bezahlt. Es geht also nur um die Frage, ob die schonendere Variante von der Krankenkasse auch bezahlt werden kann. Also die Alten werden schon bezahlt. Ja, die Alten werden schon bezahlt. Und da würde ich sagen, also das finde ich kann nicht sein. Kann nicht sein, oder? Wenn es diese Tests gibt und du sagst, wir bezahlen sie nicht, dann läuft das darauf hinaus, dass arme Menschen, also dass reiche Menschen die Wahl haben und sich entscheiden können. zahlen halt den Tests und können sich dann entscheiden, wie sie vorgehen. Und arme Menschen müssen so leben, wie es halt kommt. Genau, das bedeutet das im Ergebnis. Und das finde ich auch sehr, sehr merkwürdig und deswegen habe ich mich so gewundert über diese Diskussion im Bundestag, denn über die moralische Frage, ob man diesen Test durchführen soll, ob man das vielleicht überhaupt wissen will, ob es nicht auch so ein Recht gibt auf Nichtwissen. Es gibt ja auch Menschen, die sich bewusst entscheiden, diesen Test nicht durchführen zu lassen, weil sie gar nicht in diesem moralischen Dilemma sein wollen, sich nicht wiederfinden wollen, Abtreibung oder mit einem behinderten Kind zu leben. Ich weiß gar nicht, ob das eine Entscheidung ist, die man irgendwie treffen kann. Ich glaube, das ist extrem schwer. Ich kann es mir kaum vorstellen und deswegen gibt es eben Menschen, die sagen, ich will es gar nicht wissen und da sagen jetzt natürlich manche Leute, naja, wenn es natürlich so einfache Tests gibt, entsteht ein enormer Druck, tatsächlich auch testen zu lassen und dann wiederum gibt es einen starken Druck bei einem negativen Testergebnis oder einem positiven auf eine Krankheit auch eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Aber wie gesagt, diese Bundestagsdebatte fand ich einigermaßen schräg, weil sie so am Thema vorbeigeht. Die eigentliche Frage ist, soll man testen oder welche Tests sollen zugelassen sein, aber die eigentliche Frage sollte doch nicht sein, ob die Krankenkasse die zugelassenen Tests auch übernimmt, oder? Nee, das glaube ich auch nicht. Die Frage ist halt, wenn es denn günstiger wird, bist du dann gehalten zu testen? Ersteht dann Druck bei der Frauenärztin? Das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Wenn die sagt, zahlt die Kasse, wollen sie machen? Ja, deswegen gibt es bei den alten Tests eben die Regelung, dass nicht alle Tests bezahlt werden, sondern nur in bestimmten Risikosituationen. Also zum Beispiel bei Trisomie 21 steigt das Risiko ja dramatisch an mit dem Alter der Mutter. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, was das Schwellenalter ist. Ich meine 35 Jahre. Ab 35 Jahre der Alter der Mutter gilt es in jedenfalls in Bezug auf Trisomie 21 als Risikoschwangerschaft. Ich meine 35 Jahre sind es, lege ich mir nicht ganz darauf fest. Und ab dann darf getestet werden auf Kosten der Krankenkasse. Und da würde ich aber sagen, wenn, muss man über diese Testspielregeln reden und nicht über die Bezahlung. Denn wenn die Tests empfohlen sind, dann sollten sie auch für alle Menschen bezahlt werden. Wir blicken mal ins Ausland. Das machen wir nicht allzu häufig, aber diesmal machen wir das doch, weil in Israel gewählt wurde. Und Herr Netanjahu, Benjamin Netanjahu, seine fünfte, glaube ich, Regentschaft jetzt antreten darf. Er war zwar mit seinem mit seinem Herausforderer nahezu stimmengleich, aber aufgrund der Koalitionsoption, die Netanjahu jetzt da in der Knesset hat, im israelischen Parlament, bildet er also wahrscheinlich die nächste Regierung. und das, finde ich, ist aus zwei Perspektiven interessant. Das erste ist, dass es ja zumindest nochmal noch so die Idee und die Vision gab, dass es mal Frieden zwischen Israelis und Palästinensern geben könnte, in der Form, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Das war ja lange Jahre quasi der Deal, ne? Das war irgendwie so, dass der Hintergrund, wir haben alle Schwierigkeiten und so, aber wenn wir irgendwie ein Ziel haben, so, dann wäre das das. Also da waren sich viele einig, dass so eine Zwei-Staaten-Lösung, also zwei Staaten auf diesem Gebiet unabhängig, eine Israelis, eine Palästinenser, das wie auch immer es darauf hinauslaufen könnte und irgendwie jemand hat gesagt, so das Ding war eh schon in der Notbeatmung und jetzt ist es tot. Also ich glaube, was Netanjahu angekündigt hat, also nicht nur, dass er diese Siedlung im Westjordanland, also das Westjordanland ist so ein Gebiet westlich des Jordans, östlich von Jerusalem, was halt die Palästinenser, sagen wir mal, wenn sie denn einen Staat bilden würden, sicherlich als wichtiges Kernterritorium ansehen würden, heute schon verwaltet von der palästinensischen Autonomiebehörde, einen Großteil mehrheitlich besiedelt von Palästinensern. Da gibt es aber, das ist ein totaler Flickenteppich und da gibt es halt viele Siedlungen, israelische Siedlungen, die gelten glaube ich, also würde ich sagen, kann man schon sagen, die sind illegal. Bevölkerrechtlich ja, aber das ist ja eben nicht israelisches Staatsgebiet. Und die tragen natürlich dazu bei, dass das immer schwieriger wird, das irgendwann mal auseinander zu sortieren und nicht nur, dass Netanjahu diese Siedlung immer weiter befestigen will und ausbauen will, sondern jetzt hat er drei Tage vor der Wahl auch noch gesagt, dass er auch noch Siedlungen, palästinensische Siedlungen im Westjordanland annektieren würde. Ja, das weiß ich nicht, ob er das tut, aber im Wahlkampf hat er das gesagt und das sieht alles nicht danach aus, als wäre da irgendwie noch diese Option, dass es irgendwann mal zu dieser Zwei-Staaten-Lösung kommt. Und das zweite, was ich interessant finde, ist, dass wir wahrscheinlich in Israel einen Ministerpräsidenten haben werden, der vor Gericht sich wegen Korruption verantworten muss und womöglich auch wegen Korruption verurteilt wird. Hat aber seinen Anhänger offensichtlich nicht so wirklich interessiert. Hat wirklich interessiert. Ist eine interessante Beobachtung, aber das hat irgendwie niemand so richtig interessiert. Nee, also das ist auch kein Verdacht mehr. Der Generalstaatsanwalt, der hat ihn sozusagen wegen Korruption angeklagt. Na gut, ich meine, solange er nicht verurteilt ist. Solange er nicht verurteilt ist nicht. Aber es ist kein vager Verdacht. Es ist kein vager Verdacht. Das finde ich auch interessant in Israel, dass die eine echt unabhängige Justiz haben. Also die haben ja schon den Eumer, der war ja, was war er, Präsident, Ministerpräsident, weiß ich nicht genau, den haben sie ja auch verknackt. Also die haben relativ wenig Respekt vor Ämtern. So, die sind ziemlich unabhängig. So sollte es aber auch sein. So sollte es sein, das ist nicht überall so. Aber da sind die relativ unabhängig. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht bemerkenswert. Im Gegenteil, das finde ich eine Selbstverständlichkeit, dass jemand, der im Amt Straftaten begeht, dass er dann auch entsprechend von der Justiz verfolgt wird. Wir haben ja schon manchmal über die USA geredet. Das funktioniert ja nicht überall. Schauen wir mal. Also ich finde auch diesen Seitenhiebe auf die USA nicht fair. Aber wir wollen jetzt nicht abschweifen. Ich finde an diesem Thema Israel, was du gerade beschrieben hast, zwei Staatenlösung, tot, korrupte Ministerpräsidenten. Ich glaube, das zweite ist eher so ein ganz interessantes Detail, dass sowas in Israel möglich ist, dass so jemand trotzdem noch gewählt wird. Aber spannend ist eigentlich eher so diese Eskalation, die Benjamin Netanyahu in das Verhältnis zu den Palästinensern getrieben hat. Und zwar ganz gezielt vor der Wahl. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, warum macht er das? Wir haben vor einigen Wochen ja mal darüber berichtet, dass der Benjamin Netanyahu sich hat beraten lassen von so einem Spin-Doktor aus den Vereinigten Staaten, der dann später auch Viktor Orban beraten hat. Und das finde ich vor diesem Hintergrund, ja, dass es da eben so jemanden gibt, der ganz bewusst auf Provokation setzt im Wahlkampf, finde ich auch diese Aktion wirklich interessant, dass er eben wenige Tage vor der Wahl massiv Öl ins Feuer gießt und diesen Palästinenser-Konflikt anheizt, indem er eben sagt, wir werden da mal eben so ein paar Prozent eure Staatskanz anektieren. Genau, und das Ganze könnte man überschreiben mit Learning from Donald. Ja, weil das sind ganz viele Mechanismen, sieht man da, ähnliche Berater, ja, er polarisiert und heizt auf, er wettert gegen die Medien, das sind irgendwie alles Linke und liberale Medien, er redet ja gar nicht mehr mit italien, mit israelischen Medien, er gibt dann nur noch ganz, ganz seltene Interviews und Ach, das macht er gar nicht mehr. Ist er denn auch auf Twitter? Deutschland von Goethe, das weiß ich nicht. Ach so. Aber, aber, also da sieht man schon sehr viele Parallelen von so einem autokratischen Gebaren in demokratischen Staaten. Brasilien haben wir es ganz extrem, in Ungarn, Polen, ja, und jetzt in Israel, in den USA sowieso. Und ich weiß nicht, sind wir nicht mehr in der Lage, sagen wir mal, einen gemäßigten Wahlkampf zu führen? Das Problem ist halt einfach, dass es sich nicht lohnt. Das Problem ist halt einfach, dass es sich im Gegenteil sehr lohnt, wenn du in einem Wahlkampf möglichst massiv auftrittst, wenn du möglichst polarisierst, wenn du, wenn du eben in Feindbildern denkst, hier sind wir, dort sind die, das sind ja genau diese Dinge, die wir vor ein paar Wochen ausführlich diskutiert haben, dass es sich einfach in einem Wahlkampf in Demokratien nicht lohnt, vernünftig und moderat aufzutreten, normalerweise, sondern, dass die Zuspitzung des Denken in Schwarz und Weiß viel leichter dazu führt, dass man die Anhänger der eigenen Sache mobilisiert und was fast noch wichtiger ist, dass man quasi die Anhänger auf der anderen Seite demobilisiert. Das ist das, was man so schön diese asymmetrische Demobilisierung nennt, wo man also versucht, einfach bei den Menschen, die potenziell die andere Seite wählen würden, wenigstens Verunsicherung zu streuen. Man weiß, die werden mich nicht wählen, weil die genau wissen, ich vertrete nicht ihre Interessen, aber ich kann es vielleicht erreichen, dass die auch meinen Gegner nicht wählen und einfach zu Hause bleiben. Dann habe ich nämlich relativ gewonnen. Ja und plus diese Strategie der, ich würde es mal nennen, der strategischen Immunisierung oder so. Also wenn er weiß, und das hat er ja auch gemacht, er weiß, auf ihn rollt dieses Betrugsverfahren zu. Wahlkampf war, glaube ich, klar. Witch Hunt. Und er hat es genau gemacht mit Trump. Ich habe gesagt, Leute, das kommt, ihr wisst, das ist alles eine Verschwörung der Linken, die Medien werden sich aufregen, ihr kennt das, Hexenjagd, nehmt es nicht ernst. Und wenn es dann kommt, sind seine Anhänger so, ich will nicht sagen, gebrainwasht, das ist vielleicht ein bisschen weit, aber sie sind mental so darauf vorbereitet, dass das auf entsprechenden Boden fällt und dass sie wissen, wie sie das einzusortieren. Ich finde, man kann das auch als Framing bezeichnen. Wenn du von vornherein sagst, das wird kommen, aber das ist nicht etwa ein legitimes Strafverfahren, weil ich leider ein Verbrecher bin, sondern das ist einfach nur an der Kampagne der Linken, dann hat man jedenfalls eine gute Chance, dass nennenswerte Teile der eigenen Anhängerschaft dieses Ermittlungsverfahren eben tatsächlich nicht mehr ernst nehmen, sondern nur noch als Kampagne der anderen Seite. Und genau das erleben wir in den USA, wo ja diese Mueller-Investigations von breiten Kreisen der Trump-Anhängerschaft nicht so wirklich ernst genommen haben und ganz offensichtlich hat das auch Benjamin Netanyahu in Israel kaum geschadet. Also im Gegenteil hat er eben profitiert von der Eskalation und das ist natürlich ein großes Problem für Demokratie. Wenn sich das quasi rumspricht, dafür spricht ja leider einiges, dass es sich rumspricht, dass die Eskalation und nicht der Ausgleich jedenfalls in Wahlkämpfen quasi so der Winning Move sind, die Strategie darstellen, die am meisten Erfolg verspricht, das ist ein ganz schlechtes Zeichen für demokratische Verhältnisse. Denn eigentlich ist ja der Sinn und Zweck von Demokratien, dass man auch einen gesellschaftlichen Ausgleich findet, dass man irgendwie alle Gruppen an einen Tisch bringt, dass alle sich irgendwie wohlfühlen und wenn es sich aber eben lohnt, ganz systematisch Zwietracht zu säen, dann weiß ich nicht, was das bedeuten soll für unser Zusammenleben. In Deutschland ist es ja so, dass wir das natürlich versuchen, alle an einen Tisch zu bringen, alle Gruppen zu integrieren. Das führt bei uns nur dazu, dass der Bundestag riesig ist und das ist ein Problem. Insofern als der ist er, und damit kommen wir zu unserem neuen Thema, dass er, wenn es so weitergeht, sehr, sehr groß werden könnte. Genau, der Bundestag ist ja schon sehr groß, wenn man sich das mal überlegt. Also der Bundestag hat nach dem Bundeswahlgesetz eigentlich 598 Abgeordnete, männliche und weibliche. Davon sollen 299 direkt gewählt werden mit der Erststimme und weitere 299 über die Landeslisten der Parteien, also mit der Zweitstimme. Heute hingegen hat der Bundestag 709 Abgeordnete. Das sind also, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 111 Abgeordnete mehr, als seiner gesetzlichen Größe entspricht. Ja, wieso denn das? Liegt an den, also liegt an Überhangmandaten und Ausgleichsmandaten. So sieht es aus. Also, ne, kurz ein bisschen hier, sagt man, Bundeszentrale für politische Bildung. Genau. Also, wir wählen, du hast es gesagt, Zweitstimme. Mit unserer zweiten Stimme legen wir fest, wie die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag sind. Sozusagen, wie viel, wie viel, wie sozusagen die Sitze verteilt werden. Und mit der Erststimme wählen wir unseren Direktkandidaten im Wahlkreis. Das Ding ist nur, dass all die, die ihren Wahlkreis gewinnen, garantiert einen Sitz im Bundestag bekommen. Genau. Und das verzehrt einfach die Kräfteverhältnisse. Denn eigentlich soll ja diese Erststimme keinen Einfluss darauf haben, wie sich die Mandate nach Parteien verteilen. Man wählt halt die Person im Wahlkreis, aber die Verteilung der Mandate nach Parteien soll eigentlich nur über die Zweitstimme geregelt werden. Die Erststimme soll nur regeln, wer reinkommt, wer direkt reinkommt. Und Philipp hat aber gerade schon gesagt, dieses Prinzip, nur die Zweitstimme bestimmt wird durchbrochen in den Fällen, wo eben mehr Menschen von einer Partei über die Erststimme schon reinkommen, denen man dann ja auch schlecht ihrem Mandat wieder wegnehmen kann, als der Partei nach Zweitstimme überhaupt zustimmen. Also du hast über die Zweitstimme 100 Sitze im Parlament gewonnen, du hast aber 102 Wahlkreise mit deinem Kandidaten gewonnen, dann müssen halt alle, die, die mit der Erststimme gewonnen haben, reinkommen. Du hast aber nur 100 Stimmen, 100 Sitze per Zweitstimme zugeteilt bekommen, es kommen aber 102 Direktkandidaten rein. So, dann sind das zwei Überhangmandate. Genau, das sind zwei Überhangmandate, da könnte man noch sagen, dann haben sie halt zwei mehr, aber damit verschiebt sich ja das Kräfteverhältnis der Parteien im Bundestag. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht schon vor einigen Jahren entschieden, dass diese Überhangmandate nur in geringem Maße hingenommen werden können. Die Grenze hat das Bundesverfassungsgericht bei 15 gezogen, also 15 Überhangmandate ohne Ausgleich wären okay. Momentan ist es aber so, dass insbesondere die CDU im Bundestag so viele Überhangmandate gewinnt, dass die auf jeden Fall ausgeglichen werden müssen. Außerdem hat ja auch der Bundesgesetzgeber sich entschieden, Überhangmandate alle auszugleichen. Das heißt also, von dieser Möglichkeit, die ersten 15 nicht auszugleichen, hat der Gesetzgeber bisher nicht Gebrauch gemacht, sondern im Gegenteil, er hat festgelegt, dass durch Mandate, die die anderen Parteien bekommen, dafür gesorgt wird, dass dieses Ungleichgewicht durch die Überhangmandate komplett ausgeglichen wird. Das heißt also, die CDU gewinnt traditionell sehr viele Wahlkreise, die haben sehr viele, also wenn jemand Überhangmandate hat, ist oft die CDU gewesen. Das heißt, alle anderen Parteien kriegen auch noch was dazu, diese Ausgleichsmandate. Und so führt das dazu, dass ein paar Überhangmandate zu so noch mehr Ausgleichsmandaten führen und so führt das dazu, dass halt viel, viel mehr Leute im Bundestag sitzen als ursprünglich vorgesehen. Und das wird sich auch noch weiter verschärfen. Genau, das wird sich verschärfen. Und da gibt es so Modellrechnungen, die sagen, wenn das so weitergeht und wenn man nichts macht am Wahlrecht, dann kann der Bundestag durchaus bald auch statt 598 800 oder auch 900 Mandate haben. Stellen wir uns vor, eine Partei, das wird dann die CDU sein, gewinnt fast alle Direktmandate. Danach sieht es momentan aus, also von wenigen Ausnahmen. Abgesehen wird die CDU fast alle Direktmandate gewinnen bei der nächsten Bundestagswahl. Einfach, weil sie zwar auch in der Wählergunst immer mehr absinkt, aber doch immer noch in sehr vielen Wahlkreisen die stärkste Partei ist. Vor allem die SPD ist so abgestürzt, dass also ganz viele Wahlkreise kippen werden bei der nächsten Bundestagswahl von Rot auf Schwarz. Und das bedeutet, wenn die CDU dann aber zum Beispiel nur 30 Prozent der Zweitstimmen bekommt, dass der Bundestag locker 800 oder 900 Mandate hat. Da ist natürlich die ganz entscheidende Frage ist, wie groß ist der chinesische Volkskongress? Genau, ich habe nämlich in einem juristischen Fachbeitrag zu dem Thema gelesen, dass der Bundestag jetzt schon das zweitgrößte nationale Parlament ist hinter dem chinesischen Volkskongress, was bemerkenswert ist, weil ja China irgendwie sich der Milliarde Menschen nähert. Genau, das Problem am großen, wir haben eben jetzt 82 Millionen. Das am großen, das, ich meine, also der Vergleich zum Volkskongress ist das erste große Problem, das zweite große Problem ist, dass es natürlich teuer ist, man muss die ganzen Leute bezahlen. Und gar keinen Platz im Binnen. Gar keinen Platz, das muss ausgebaut werden und viele sagen, es ist auch schwer zu handeln, der wird nicht mehr richtig arbeitsfähig, andere sagen, es ist so viel zu tun, wir brauchen die ganzen Leute. Also es gab jetzt eigentlich eine Wahlrechtsreform, deswegen wollten wir darüber reden, die aber abgelehnt wurde. Aber wir haben noch ein bisschen Luft, Philipp, kann ich mal ganz kurz beisteuern. Ausweislich der Wikipedia hat nämlich der Nationale Volkskongress 2.987 Abgeordnete. Also insofern würde ich sagen, können wir das entspannt zurücklehnen. Thema, Thema beerdigt. Nee, aber es gab also eine, eine, die Idee einer Reform und die wurde abgekanzelt. Ja, das ist noch nicht die erste. Also Wolfgang Schäuble hat das schon in der letzten Legislaturperiode versucht, als damaliger Präsident des Deutschen Bundestages. In dieser, nee, gar nicht, war Norbert Lammert war es so. Norbert Lammert im letzten und in diesem Bundestag hat es Wolfgang Schäuble nochmal versucht, aber die von ihm eingesetzte Kommission konnte sich wieder mal nicht auf eine Reform einigen. Mit anderen Worten, jedenfalls in dieser Legislaturperiode wird das wohl nicht mehr reformiert. Das heißt, wir steuern einfach hart auf 8 bis 900 Abgeordnete. So und für die Parteien ist das natürlich klar. Sie haben, also je mehr Abgeordnete, je mehr Plätze es gibt, desto weniger Konkurrenzkampf gibt es. Weil es einfach, die Fründe sind ja da und der Konkurrenzkampf ist nicht so groß, weil je weniger Plätze, desto größer der Konkurrenzkampf. Es gibt ja immer Ärger. Es gibt immer Ärger, es ist Stress, man muss sich durchsetzen. Dann gibt es natürlich mehr Geld. Also da gibt es eine Menge, die haben eine Menge Vorteile davon und haben sich vielleicht auch deshalb nicht einigen können. Und ich finde auch mit vorgeschobenen Argumenten, die letztlich alle darauf hinauslaufen, die sind eigentlich so ganz zufrieden damit, so wie es jetzt ist. Ja, also Wolfgang Schäuble hatte zum Beispiel vorgeschlagen, nachdem diese Kommission geplatzt ist, man könnte doch einfach die Zahl der Wahlkreise moderat reduzieren. Ja, also von 299 wie heute auf 270, denn wenn es insgesamt weniger Mandate gibt, gibt es weniger Überhangmandate, weniger Ausgleichsmandate. Das klingt aus meiner Sicht erstmal nach einer vergleichsweise moderaten Korrektur, ja, aber das geht überhaupt gar nicht, denn insbesondere der CDU sind die Wahlkreise heilig, wir haben es schon gesagt, weil sie eben fast alle Wahlkreise direkt gewinnt. Also das offizielle Argument ist, man kann keine Wahlkreise zusammenlegen, weil dann die Bürgernähe leiden könnte. Was natürlich auch kokolores ist, das klingt natürlich erstmal so, ja, direkt gewählt und wir sind super legitimiert, weil wir sind direkt gewählt und all die, die sozusagen diese sogenannten Listen reinkommen, also die, die normalerweise diese Plätze füllen, wenn es nicht genug Direktkandidaten gibt, dann werden halt die restlichen Plätze gefüllt mit Leuten von den Parteilisten, da haben die Parteien natürlich bestimmt, wer da drauf sitzt, aber auch Direktkandidaten werden von den Parteien bestimmt, du wirst ja nicht einfach zufällig Direktkandidat, weil du so ein toller Typ bist oder eine tolle Frau, sondern weil deine Partei sagt, wir wollen, dass du da direkt kandidierst. Also die Legitimation ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, jedenfalls nicht viel größer als über die Zweitstimme. Das fürchte ich ehrlich gesagt auch. Außerdem muss man ja auch sehen, na, hier habe ich hier gerade ein kleines IT-Problem, so, Moment. Genau, außerdem muss man ja auch sehen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, wie man auf die Zahl der Mandate Einfluss nehmen könnte. Man könnte ja einfach sagen, wenige Ausgleichsmandate, so wie das Bundesverfassungsgericht, das ja immerhin für möglich erklärt hat, man könnte sagen, die ersten 15 Überhangmandate könnten einfach ohne Ausgleich bleiben. Da muss man aber sagen, das finden alle anderen Parteien doof, weil die Union eben diese Überhangmandate fast alle gewinnt oder momentan alle gewinnt. Und sie dann verzichten müssen. Genau, und das heißt, würde also dazu führen, dass die Union bei jeder Bundestagswahl so ein paar Prozent automatisch im Vorteil wäre. Das kann ja auch nicht richtig sein. Also die SPD findet inzwischen den Ausgleich der Überhangmandate wichtig, wobei man auch sagen muss, dass sie natürlich in den drei Wahlkämpfen mit Gerhard Schröder die meisten Überhangmandate gewonnen hat. Und da hat sich auch keiner beklagt. Und da hat sich keiner beklagt bei der SPD. Damals wurden die Überhangmandate nämlich noch nicht ausgeglichen. Also insofern ist das, das muss man auch sagen, bei allen Parteien immer so ein bisschen Interessen getrieben. Und ich finde es eigentlich bedauerlich. Also dass sie das nicht hingekriegt haben, ist kein gutes Zeichen. Ist kein, sagen wir mal, wie soll man sagen? Kein Zeichen für einen wirklich starken, reformfähigen Bundestag. Ja, so könnte man das. Besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen. Ja, aber man muss ja nicht sehen, es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von Lösungen, auf die man kommen kann. Also ich könnte mir zum Beispiel innerhalb des bisherigen Systems vorstellen, dass einfach nur die Direktkandidaten gewinnen, tatsächlich, die nach Zweitstimmen auch einen Platz haben. Man könnte einfach... Also nur die Direktkandidaten, die nach Zweitstimmen planen. Also man nehmen wir... Hat 100 Abgeordnete, also du hast 100 Plätze nach Zweitstimmen. Genau. Und du hast aber zum Beispiel, um in deinem Beispiel von eben zu bleiben, 102 Kandidaten deiner Partei haben ihren Direktwahlkreis gewonnen. Dann würden halt nur die Hunderten Platz tatsächlich kriegen, die... Die höchste Prozentscheidung. Die höchste Prozentscheidung in ihrem Wahlkreis haben. Also 50 Prozent, der nächste hat dann vielleicht 49,8. Aber der andere, der gewinnt wie in Berlin mit 23,5 seinen Prozent, irgendwie seinen Direktkandidaten. Die letzten beiden beißen dann halt die Hunde. So und die kommen dann halt nicht rein, weil sie eh so schwach legitimiert sind, weil sie nur mit 0,5 Prozent ihren Wahlkreis gewonnen haben. Ganz genau. Fände ich eine Möglichkeit und wenn dann eben der Erste, der Erstplatzierte nicht mehr reinkommt, weil er nach der Zweitstimmenzahl keinen Platz mehr hat im Bundestag, dann würde der Nächste nachrutschen, der im Wahlkreis auf den zweiten Platz gekommen ist. Natürlich nur, sofern seine Partei über die Zweitstimmen genügend Plätze im Bundestag hat und so weiter immer durch. Und wenn keiner nach den Zweitstimmen einen Platz hat, dann würde man nur im Notfall quasi zu einem Überhangmandat kommen. Das wäre eine Möglichkeit, wie man quasi die Bedeutung der Zweitstimme wieder stärken könnte und die Bedeutung der Erststimme tatsächlich ein bisschen absenken könnte. Oder, das war ja bislang eine Idee, wie man quasi das bestehende System fixen könnte. Man könnte natürlich auch mal ganz grundsätzlich über das Wahlsystem nachdenken. Braucht man tatsächlich dieses komplexe System mit Erststimme und Zweitstimme, wenn doch diese Personalisierung für die die Erststimme da ist, mein Mann im Wahlkreis und so oder meine Frau im Wahlkreis, ohnehin nicht so richtig funktioniert. Denn man muss schon ganz ehrlich sagen, die allermeisten Leute wissen einfach überhaupt gar nicht, wer die Direktkandidaten sind. Selbst im unmittelbaren zeitlichen Umfeld einer Wahl können mehr als 37 Prozent der Wählerinnen und Wähler keinen einzigen Wahlkreiskandidaten benennen. Muss man nicht sagen, 66 Prozent können es schon. Aber ich weiß nicht, was diese Direktkandidaten, Direktwahl tatsächlich so wert ist. Man könnte also sich überlegen, dass man einfach nur eine Stimme hat und die wählt man, mit der wählt man. Und die Parteien besetzen dann über Liste. Ja, und da wiederum gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man diese Listen dann wieder so ein bisschen personalisiert ist. Man könnte ja zum Beispiel sagen, man druckt auf dem Wahlzettel nicht nur die Parteienamen ab, wie das heute ist bei der Zweitstimme, sondern man, und die ersten drei, vier Leute auf der Liste, sondern man druckt einfach die ganze Liste ab. Und dann kann ich halt eine Person von einer Liste wählen. So, und dann wird die Stimme, wenn du so willst, die eine Stimme hast du dann, aber die wird dann im Grunde doppelt gezählt, zum einen als Stimme für die Partei, so wie heute die Zweitstimme. Und zum Zweiten wird über diese Stimme aber auch das Ranking in der Liste festgelegt. Das ist eine kombinierte Direkt- und Listenwahl. Genau, also im Grunde die ersten und Zweitstimme zusammenfassen, wenn du so willst. Hast du dir das ausgedacht? Ne, das gibt es schon in verschiedenen Wahlsystemen. Das habe ich also schon irgendwo anders mal gehört. Ja, ich weiß nicht, du schüttelst ja manchmal so Reform-Ideen aus dem R, ne? Die erste Idee ist von mir, dass man sagt, die Direktkandidaten ziehen nur so lange die Plätze nach den Zweitstimmen raus. Ich finde die zweite aber besser. Findest du sexier, ne? Ist eben nicht von mir. Aber ich weiß auch nicht mehr, wo ich sie habe. Ich habe sie jetzt nicht für diese Lage recherchiert. Das ist nur Hintergrund gewesen. Also ich würde sagen, bei uns im Patch steht jetzt noch die Frage, ist Philipp ein Rassist? Aber das würde ich sagen, verschieben wir dann auf nächstes Mal. Schon ein kleiner Cliffhanger. Cliffhanger, ne? So viel nach der Werbung. Wir haben noch ein bisschen Feedback. Das lassen wir heute mal weg, weil die Sendung jetzt schon wirklich relativ lang geworden ist. Wir würden sagen, die Lage der Nation ist abschließend und umfassend erörtert. Genau, nach anderthalb Stunden. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. 90 Minuten, gutes Fußballspiel, dauert auch nicht länger. Insofern würde ich sagen, das war's. Schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Herzlichen Dank. Zwischendrin war die Türmeer auf, das nehme ich nicht persönlich. Ne, es wurde ein bisschen schattig. Ja, aber das ist okay. Ein bisschen frische Luft schadet nicht. Schadet nicht. Sauerstoff hat ja auch noch keinen Preis. Hat ja auch keinen umgebracht. Herzlichen Dank Bremen und schönes Wochenende. Bis bald. Genau, vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.